Ich sitze im Chopper, was mache ich da? Du schaust, dass du diese wunderbaren Fässchen, die hier liegen, mit deinem Greifhaken ranziehst und dann in die Nähe von Verwüstern fährst. Das sind diese braunen Hölzernenmaschinen. Die können das dann nutzen, um sich aufzutanken und ihre Pyritz-Decks zu erneuern. Das ist die Aufgabe der Chopper. Ansonsten habt ihr auch so eine Hupe, um ein bisschen Schaden zu machen, aber dieser Schaden ist sehr minimal. Ja, deswegen Aufgabe der Chopper ist es, diese blauen Fässchen zu holen mit dem Greifhaken in die Nähe der Verwüster zu fahren und dann quasi, mache ich überhaupt Schaden hier mit dem? Sehe ich es gar nicht. Und dann, ja, so ein bisschen aufzutanken. Na gut, dann fahre ich mal ein bisschen hier rüber. Lu, lu, lu. Wir fahren, wir fahren. Geil. Dante, mit dem 15. Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Also am Sonntag am Land einen Arzt zu finden, ist auch interessant. Halbe Stunde hinfahren, zwei Stunden warten und das gleiche zurück. Ergebnis Bindehautentzündung. Na geil. Da bin ich froh, dass ich immer einen guten Arzt, einen guten Arzt, einen guten Draht zu meinem Arzt habe, weil das der Vater von einer alten Kindergartenfreundin ist. Ja. Und darum habe ich da keine großen Sorgen in solchen Richtungen. Aber ja, wenn man die hat, ist natürlich Ultrascheiße. Und das aufs Wochenende noch. Ei, ei, ei. Ganz belastend. Scorch mit der 23. Vielen Dank. Dankeschön. Jo, die anderen Belagerungsmaschinen, die ballern aber auch in den Leviathan rein, ne? Ich habe da gerade nicht gesehen, dass das Schaden macht, ey. Aber wir ergeben uns mal dem Gruppenzwang hier vorne. Wenn Tee was verfolgt wird, Junge, dann ergeben wir uns mal dem Gruppenzwang, würde ich sagen. Ah, mit drauf. Da, guck mal, Pyrite läuft schon ein bisschen besser. Das sieht schon insgesamt ganz gut aus. Also, das schafft sogar jemand, die 10 Stacks gerade länger aktiv zu halten. Das ist natürlich Ultrabig. Und das ist natürlich eine Sache, die wir uns genauso gewünscht haben, ne? Absolut. Gut. Kaliane, Hallöchen. Grüße, Grüße. Die Chopper sind wie ein Rätri. Man kennt's, ne? Bisschen nachbuffen und läuft. Jawohl. So. Wir sind bei 20%. Die Rache direkt. Ja, ja. Eben bei Tee was gefreut. Ne, jetzt muss ich hier um mein Leben fahren. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ne, das ist gar nicht gut. Ei, ei, ei. Das waren ein paar Flammendüsen zu viel. Ja, das ist jetzt der Nachteil, da wir keine Teerflächen benutzen können, ne? Da wird der Leviathan natürlich auch immer schneller. Und wenn du dann, ich sag mal, Richtung letzte Prozente fokussiert wirst, dann sind die Chancen, dann auch wegzukommen, relativ gering. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit ist schon um 75% erhöht. Aber, wir sehen, Pyrite wurde gesteckt und Boss ist kaputt, ausgezeichnet. Gut, Freunde. Dann porten wir uns vor und ich würde sagen, wir gehen zuerst rüber zum Schmiedemeister. Ja. Wir gehen rüber zu diesem Igenis und haben jetzt hier keinen Teleporter. Okay. Da ist ein Portal. Ne, das auch nicht. Hm, okay. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob vorne gerade erst eine Sequenz ablaufen muss, dass wir den aktivieren. Ansonsten, ja, müssen wir, müssen wir, müssen wir vermutlich einfach reiten, ne? Sieht so aus. Sie haben den Teleporter geklaut. Ach, Mann. Iris wird Feuer und Flamme sein. Ja, Iris sowieso, ne? Iris, Iris. Wisst ihr, wo ich gestern traurig war? Ja, dass ich ganz selten Feuermagier sehe, die Bernadette heißen. Und dass es auch keine Metalband oder so gibt, die Bernadette heißen. Da war ich ein bisschen sad, aber gut. Wie wir neulich festgestellt haben, sind auch Katzenspieler unterwegs. Ja, Feraldoodoos. Die Gruppen joinen und nicht alle mit Miao die begrüßen. Also sowieso. Schlimme Zeiten in WoW dieser Tage, ja? Schlimme Zeiten. Imagine man hat nicht dauerhaft 10 Stacks aktiv. Ja, für einige war das ein bisschen sehr wild, die Erfahrung gerade, ne? War mal ein anderer Rage-Start. Das ist so. Das ist so. Leider, leider. Ja, einige kein Fahrzeug. Andere nicht reingeschafft wegen Leck oder was hat Pyro geschrieben. Ja, das ist natürlich echt doof, ne? Das ist wahrlich doof, aber zumindest das Pyrit hat diesmal funktioniert. Ein Traum, ein Traum. Wo war denn der Loot? Ach, da in der Kiste. Auch geil, ne? Man lootet nicht mal die riesige Maschine, sondern man lootet hier diese kleine Pimmelkiste. So, aber Pyro hat sogar einen Kopf noch bekommen. Schau mal. Ey, Big T-Mock hier. Big T-Mock am Start. Sehr schön. Okay, das war der Fahrzeugteil, Leute. Und dann sind wir mal gespannt, wie es jetzt hier drüben beim Feuerkollegen aussieht. Bei dem weiß ich noch, dass er sich mit Flammen irgendwie ermächtigt hat. Also ihr ahnt es vielleicht bereits, wo wir jetzt bei Iris und Igenes waren. Wenn man den jetzt sieht, könnte was mit Feuer zu tun haben. Wir haben aber links und rechts hier so Wasserbecken. Und ich weiß noch, dass die Tanks bei der Weekly den dann regelmäßig in diese Wasserbecken gezogen haben. Das ist das, was ich noch weiß. So, Ende der Durchsage. Mehr kann ich euch nicht sagen. Das war alles, was ich da zum Besten geben konnte. Reicht dann aber auch mit den Mechaniken. Oder? Bisschen ins Wasser ziehen, wenn es zu heiß wird. Und aufpassen, wenn man in seinen Bauchkessel geschmissen wird. Das könnte auch ein bisschen warm werden. Gefährlicher Bruder, ne? Wir müssen das im Auge behalten. Liebe Schattenpriester, ihr seht es gerade im Schadensmeter. Ja, ich bin der größte Shadow, der je gelebt hat. Ne, natürlich nicht. Aber, wenn ihr Zeitwanderungscontent macht. Ganz, ganz wichtig. Skillt dieses leeren Tentakel mit. Das macht mal eben 70 bis 80 Prozent eures Gesamtschadens. Und darüber macht ihr 70 bis 80 Prozent Gesamtschaden der ganzen Gruppe aus. Götze von C'Thun ist das hier unten. Und die Dinger skalieren so überhaupt nicht in Zeitwanderung. Das muss wirklich mitgeskillt werden. Ey, ihr carried die ganzen Dungeons, ihr carried die ganzen Raids. Der Bums muss natürlich brauchbar procken. Ihr habt neulich sogar wen gesehen, der hat da mit dem Mage Tower ganz gut glänzen können. Insofern, must have für jeden Shadow. Ich weiß nicht, wie lange das Scaling so bleibt. Aber aktuell ist es so und schon seit einer ganzen Weile. Deswegen, nutzt den Bums, ja. Nutzt ihn, nutzt ihn. Götze von C'Thun, absolut unbalanced shit. Gut, dann, Freunde, sind, glaube ich, alle da. Das Gute ist, hier kann jetzt auch keiner draußen bleiben. Oder ist One-Shot, weil er nicht in der Maschine sitzt. Das war eben alles nicht so schön, wie wir das haben wollten. Von daher, glaube ich, das wird jetzt ein bisschen angenehmer. Und wenn bei unseren zahlreichen Priestern jetzt genügend Tentakel procken, dann liegt der auch in 10 Sekunden. Wir wissen nur, in der Praxis ist es häufig ein bisschen anders. Berry mit der 28. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Okay, alle sind bereit. Da geht's schon los. Ja, Pulltimer sind sowieso nur für die Schwachen. Darum gucken wir uns das jetzt mal genauestens an. Verteilen hier neben KR. Jawohl, noch so ein bisschen Rums. Unsere wunderbare Power-Infusion, Alter. Und dann hoffen wir, dass gleich zahlreiche Tentakel auftauchen werden. Aber bei mir Proc gerade nicht mal eins, Leute. Könnt ihr es euch vorstellen? Guckt mal, die ganzen Shadow-Kollegen. Der Schadensmeter, Junge. Nur diese Kack-Tentakel. Jetzt ist meins auch da, Freunde, finally. Auch mein Tentakel ist am Start. Ein wahrer Traum. Jetzt muss ich nur ein bisschen raus, da. Aus der Ecke, aus der Bredouille. Und die Shadows Carrying. Ja, ich habe heute nur Shadows von Echo eingeladen. Die uns hier mal zeigen, wo der Hammer hängt. Nein, guckt euch das Bossleben an, Alter. Es ist wirklich nur dieses Tentakel-Talent, Mann. Ist das behemmert. Geil. Ey, Mann. Ich wette, nur weil sie das nicht gebalanced bekommen, reworken sie den Shadow, oder? Das ist original der einzige Grund. Unser DK ist ja auch gut mit dabei. Ansonsten nur die Priester. Und es hat auch null mit Verständnis der Klasse zu tun. Es hat null mit Verständnis der Klasse zu tun. Du musst einfach nur Gedankenschlag und Gedankenschinden priorisieren. Und der, der am meisten Glück hat, bei dem die meisten Tentakel procken, der steht oben, Junge. Der steht oben. Nur darum geht es. Es ist so unfassbar bescheuert. Ich liebe es wirklich. Gut, dann gehen wir mal rüber zu der komischen Drachenschuppentante hier. Und man merkt so einen kleinen Unterschied zwischen dem Anfangsgeplänke mit den Fahrzeugen und jetzt den Bossen hier. Aber auch das wird höchstwahrscheinlich nicht so bleiben, ne? Das würde jetzt sicherlich mit zunehmender Raid-Dauer auch ein bisschen unangenehmer werden. Aber wenn die Bosse weiterhin so schmelzen, wieso denn nicht? Hier jetzt den Erfolg, ne? Eisenzwerge gut durch. Ja, die Tentakel, ne? Die holzen die gut durch. Aber ansonsten, ansonsten, ansonsten glaube ich, wir verzichten auf die Erfolge. Ja, bei dem Boss ist es Flammen ausweichen, Ads töten und diese Harpunenschleudern hier ready machen. Wenn alle vier ready sind, kommt der Boss runter, ja? Und dann, dann, dann können wir ihn quasi töten. Bis dahin müssen wir hier diese Arbeiter beschützen, die die reparieren und eben die Ads einfach töten, ja? Aber das sollte passen. Bei dir ist nur eins geprockt, Seppo. Ah ja, deswegen bist du auch ein bisschen weiter unten. Seppo hatte noch weniger Glück als ich. Look at him. Seppo ist einfach auf Platz sieben, Bruder. Das ist ein bisschen sad, aber da müssen wir durch, ne? Dafür kriegst du jetzt zehn Tentakel pro Sekunde. Da kommen die alle aus dem Boden gebrochen, weißt du? Die Oxxeron kommt persönlich. Ausgezeichnet. So, dann quatschen wir hier mit dem Vorarbeiter, genau. Und dann sieht das auch ganz wunderbar aus. Hör mal, sehr, sehr schön. Was hatten wir sonst noch für großartige Zahlen heute mit dabei? Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich screue ja hier schon wieder so wüst auch hin und her. Droge ja auch mit zwei Jahren, ne? Ach du Scheiße, Mann. Dante hatte die 15, Scotch hat die 23, Ebenberry die 28. Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Dankeschön nochmal. Und die Ads haben auch nicht so viel Bock jetzt gehabt, oder? Das war ja jetzt fast wie wenn du zum T-Mog-Farm reingehst, Junge. Wie ist das denn skaliert, Mann? Oder haben wir uns wirklich nur das Genick mit diesen Terf-Hützen gebrochen? Das ist ja gar kein Vergleich gerade zum Leviathan, ne? Aber gut, auf der anderen Seite, ja. Fair Play. Wir konnten halt diese Phützen dann im Bosskampf auch nicht benutzen, ne? Wenn man den Leviathan hätte da auch verlangsamen können, was, denke ich, Sinn der Sache gewesen wäre, ne? Dann wäre es natürlich auch ein bisschen einfacher gewesen. So war es ja am Ende dann unter 20% garantiert ein Kill deines Fahrzeugs, wenn er dich verfolgt hat, ne? Weil er einfach immer schneller geworden ist. Von daher, der Leviathan ist gescalet. Die Tentakel nicht, ja. So kann man das auch sehen. Und was hat sie ihm gebracht, Mysterioso? Gar nichts, ne? Einen feuchten Furz. Hervorragend. Okay, mehr Harpunen. Die zweite steht schon. Das geht aber auch recht fix, ne? Ey, früher war das ganz anderes Feeling hier, Mann. Wenn ich hier überhaupt mal als Hunter-Kiddy eine Gruppe gefunden habe, dann war das hier... Boah, es dauert so lange, ne? Wie lange die Bosskämpfe hier sind. Oh mein Gott, wir kommen nie wieder aus Uldur raus. Das hat sich angefühlt wie drei Jahre in einem Kampf zu sein. Und jetzt sieh dir diese Geschütze an. Die Zeitwanderung ist gnädig mit uns, Leute. Sie ist gnädig und sie verfälscht unsere Erinnerungen. Genau so mögen wir das. Da ist sie schon. Okay, jetzt brauchen wir die Tentakel, Leute. Jetzt müssen wir in die Tentakel believen. Come on, wo sind sie? Boah, immer noch keins. Come on, noch ein Gedankenschlag. Da ist das Erste. Sehr gut. Das Erste ist da. Ja, ja, ja. Nein, sie hebt wieder ab. No way, sie kickt nur zurück. Okay, ein Glück. Tentakel macht weiter Schaden. Das ist einfach down. Junge, ist das verhämmert. Seppo, my man. Seppo. Seht ihn euch an. Eben hat er nicht einen Tentakel bekommen. Und jetzt Butz, Butz, Butz. Bruder. Sehr, sehr geil. Und ich bekomme einen Schmuck mit Crit, der Int erhöhen kann. Finde ich gut. Den tauschen wir mal gegen die lustige Uhr und ziehen den da mit rein. Sehr schön. Ja, gerne. Natürlich. Gerade wird es angesprochen, wenn ihr Zeug bekommt, das ihr nicht braucht, ja, dann könnt ihr das gern verrollen. Das ist gar kein Problem. Und dann, dann, dann freuen sie natürlich andere rüber. Insofern da sehr, sehr gern dran denken. Und beim Dekonstruktor müssen wir, glaube ich, erst ein bisschen die Ads an den Seiten kaputt hauen, oder? Die gehören ja nicht zum Boss, meine ich. Das heißt, den Trash an den Seiten, den können wir schon spielen. Und dann geht's an den Boss. Ob wir hier den Heart-Mode schaffen, wir nicht. Die Tentakel schon. Also, Mysterioso hat das hier gerade für uns nochmal im Rahmen seines M-Plus-Wissens hervorragend aktualisiert, ja. Und so eine kleine Statistik veröffentlicht, die uns genau das dann mitteilt. Wunderbar, wunderbar. So. Nicht aus Versehen bei ihm aktivieren. Ja, also wir wollen es schon gern vermeiden. Ja. Wir wollen es auch mit Tentakeln gern vermeiden. Und das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir dieses Herz nicht zerstören. Richtig? Wenn wir das Herz zerstören, kommt der Heart-Mode. Das bedeutet, wir wollen das Herz möglichst nicht zerstören. Von welcher Expansion ist der Raid? Ja. Ja. Ja, Leute. Dann, wie gesagt, beim Herz Vorsicht. Ja. Der Boss sackt in der Regel so zusammen und legt sein Herz frei, das bitte nicht töten. Ja. Das ist der Plan. Nicht töten. Wir machen einen Ready-Check. Und dann gucken wir... Oh, 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 oh. Shit. Here we go. Ja, ich habe gedacht, es reicht, aber nein. Es reicht nicht. Na dann. Alle sind bereit. Tja, hoffen wir mal das Beste. Und schauen, dass das hier passt. Wir brauchen Tentakel, liebe Schattenpriester. Ja. Ich brauche da eure Unterstützung. Ich selber habe leider nicht genügend von denen. Wir müssen da zusammenarbeiten. Aber es sieht gerade wieder nach Ebba aus bei mir. Schade. So, Herz fliegt offen. Das wollen wir eigentlich nicht. Die Ansage war, das Herz wollen wir nicht töten. Aber das ist anscheinend ein bisschen zu kompliziert gewesen, die Ansage. Ja, es ist auch heftig. Herz töten, Herz nicht töten. Ich meine, das ist ein ganzes Wort, was dazwischen liegt. Da kann man definitiv mal durcheinander kommen, Leute. Da ist wahrlich schon krass, muss man sagen. Also beim nächsten Mal, ja, das Wort nicht bedeutet es nicht tun. Das ist die Ansage dabei. Ja, ganz essentiell. Das waren nicht nur die Tentakel. Nee, nee, nee. Ich habe da vorne genug gesehen, was kein Tentakel war. Da werden die Tentakel ausnahmsweise mal nicht carryen. Aber jetzt vielleicht. Ja, jetzt, wo wir sie am dringendsten brauchen. Da schauen wir mal, ob sie Lust haben, vorbeizuschauen. Und der Kollege, der hier zusammen mit mir gerade kämpft, der auch ein bisschen Tentakelig aussieht, das ist übrigens der von dem Jogsaron-Talent. Ja, das Tentakel ist von dem C'Thun-Talent und der Bruder hier ist von dem Jogsaron-Talent. Und der ist leider richtig skaliert. Also der macht normalen Schaden. Das ist ganz fürchterlich. Aber ja, da müssen wir durch, ne? Da müssen wir durch. So, ich ziehe mal hier auch noch meine Vampir-Umarmung mit rein. Nicht, dass unsere Heiler hier gerade ins Schwitzen kommen. Bisschen die Def-CDs mit rüber. Ja, und dann sieht das so insgesamt ganz gut aus, ne? Seppo, du hast aber auch wieder das gute Kraut geraucht hier, wenn ich den Schaden sehe. Oh, jetzt der Doppeltentakelige, Leute. Jetzt kommen die Doppeltentakel, hör mal. Da sieht es sehr, sehr gut aus. Und schon verwandelt sich das Schadensmeter wieder in den richtigen Bereich hier. in den richtigen Sektor. Und da ist er tatsächlich down, Junge. Ist das beknackt, Junge. Zieht euch das rein. Ist das doof, Mann. Was soll denn sowas? Naja. Gut, Leute. Trotzdem, nächstes Mal bitte dran denken. Ja, wenn wir sagen, wir machen das nicht, dann wollen wir das nicht machen. Boah. Das ist diesmal gut gegangen, aber das ist nicht die Norm, ne? Das ist nicht die Norm. So. Ich glaube, das passt so. Ich lasse es mal jetzt ein bisschen größer, damit wir da auch das im Auge behalten können hier, ja? Mit unserem Tentakel-Scaling ausgezeichnet. Crave könnte ja mal zwei Schritte in die Heal-Zone gehen. Na, das sind keine Tentakel-Revels. Das wollen wir nicht. Die Heal-Zone ist verboten. Wir wollen zur Vorkammer, glaube ich, ne? Vorkammer von Uldur, ganz genau. Da geht's dann quasi weiter. Großartig, großartig. Das menschliche Gehirn nimmt in der Regel negative Formulierungen weniger wahr. Also haben alle gehört, das Herz auf jeden Fall töten. Das denke ich mir. Deswegen habe ich es jetzt nochmal dreimal umformuliert. Deswegen habe ich mir extra Mühe gegeben, das Ganze nochmal ein bisschen anders zu verpacken, ne? Ja, es ist ja auch Sonntag, Mensch. Da sind wir doch alle nicht ganz so geistig da, oder? Deswegen erzähle ich das auch gern dreimal hintereinander. Das ist gar kein Problem. Ist ja nicht unser erster Sonntags-Raid, ne? Ja, da lernt man ja auch immer dazu und sich selber nochmal kennen. Aber Hallöchen. Als nächstes mit 30 Shadows in die Zeitwanderung und dann nicht ein Tentakel-Proc, weißt du? Dann bist du einfach an Lucky aus der Höhle. Oh, Bruder. Schlimme Zeiten. Laura mit dem zweiten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Erst den Rat und Algalon oder den zuletzt? Boah, ich würde Algalon schon noch stehen lassen, oder? Oder wollen wir ihn einmal probieren? Nein, wir können ihn einmal probieren, oder? Wenn wir schon hier sind. Dann hätte ich gesagt, wir gucken uns das mal an. Und sollte der jetzt nicht so schnell umfallen wie die anderen, dann heben wir uns eben auf. Und können ja am Ende gucken, ob wir Tryharden wollen oder auch nicht. Aber ich hätte gesagt, schon probieren, oder? Aber schon erst mal probieren, was uns hier in die Fratze geflogen kommt. Ey, die Tentakel-Leute, da sind sie. Ich bin Fan, Bruder. Ich bin Fan. Viele Leute, auch viele Priester, haben mich immer ausgelacht, warum ich so auf die alten Götter stehe, ja? Aber jetzt mittlerweile, ey. Die sind mit im Kult angekommen. Wollte sogar zuerst zu Algalon. Okay, und alle direkt heiß gelaufen, ne? Endlich gibt es richtig auf die Fresse mit irgendwelchen schwarzen Löchern hier. Let's, Fett's. Ja, für alle, die vielleicht gerade reingekommen sind, wir sind in Retail. Wir sind in Zeitwanderungen. Und Zeitwanderung ist bekannt dafür, manchmal merkwürdig zu skalieren. Das ist aktuell beim Schattenpriester so, ja? Es gibt hier unten das Talent Götze von C'thun. Da habt ihr über Gedanken Schinden und Gedanken Explosionen. Aber nicht mal Gedanken Schlag, lol. Siehste, nur Gedanken Schinden oder Explosionen. Da habt ihr eine Chance, so einen Tentakel zu beschwören, das Wahnsinn erzeugt und den Gegner angreift. Und das ist eben einfach Unbalance des Todes. Ja, diese Tentakel haben hier gerade den Boss, ich sag mal, gecarried. Und das, ja, zieht ordentlich durch, ne? Das ist momentan einfach ein bisschen aus der Norm gefallen. Und darum kann man damit die Dungeons sehr, sehr heftig carryen. Die Bosse schmelzen, wenn das gut prockt. Und hier im Raid habt ihr das selber auch gerade gesehen, ne? Ja, Tür geht noch nicht auf, oder wie? Die geht erst auf, wenn Jock down ist, dank Timewalk. Ach so, ach schau mal, wir sind wieder unerfahren, Leute. Wir sind unerfahren. Und dann kam Seppo und sagte, jetzt erfahrt ihr. Wir müssen erst Jocki umknüppeln. Na gut, mal sehen. Man darf gespannt sein. Timewalk ist immer gut skaliert. Ja, du bist auch Priester gerade, ne? Spitze, Nickel. Wir haben keine Probleme hier. Mayhem mit dem dritten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Ich stelle euch vor, manche kommen rein und ziehen sich jetzt den Vatikanenpriester hoch, weil sie denken, der geht da so ab. Deswegen habe ich es extra nochmal dazu gesagt, ne? Weil mittlerweile kann man da ja, wenn man nicht gerade die Fähigkeiten alles kennt und so, doch durcheinander kommen, ja? Da hast du recht. Darum lieber nochmal für die Sicherheit aus der Welt geschafft, ja? Okay. Freunde. Dann warten wir, bis alle da sind. Der Blaue muss gekickt werden. Ansonsten, ansonsten irgendwie eine Killreihenfolge, den Dicken zuerst. Stahlbrecher. Okay. Den Blauen unterbrechen. Glaube, das kriegen wir hin. Den Rest machen die Tentakel, oder? Also den Großen zuerst töten. Den Blau markierten, den Brunndir, den müssen wir kicken. Ja, und dann Let's Fets, ne? Groß nach klein, ja. Ja, also als zweites dann den Runenmeister und den Sturmrufer. CC'n wir über Kicks. Gut. Ready, check. Zack. Und dann geht das los hier. Geil, geil. Lüge, wir sind in Classic und einfach die Megaspieler. Man kennt sie sehr genau. Hier we go. Okay. So. Erstmal eine halbwegs brauchbare Position suchen und dann ja alles reinschmeißen, was wir haben und den hier noch rüber und so. Und dann schön ein paar Gedankenschläge und die Gedankenschindung, die beginnt jetzt. Ja, ja, ja. In der Hoffnung, dass wir gleich ein paar tolle Tentakel bekommen, aber da sind sie. Ja, da sind sie. Ich hab sie ja beigequatscht, Leute. Uh, here we go. Junge, wie der Boss einfach schmilzt, ist es geisteskrank, Mann. Yo, drei Tentakel, was geht, Mann, der Schaden. Ey, ich hatte noch nie so viel Spaß mit dem Priester, ne? Ich hatte noch nie so viel Spaß mit dem Priester. Es ist manchmal so einfach. Du musst nur unbalanced aus der Hölle sein und schon bringt die Klasse übertrieben Fun, Blizzard. Es ist so einfach, ja. Es ist so einfach. Aber Seppo kriegt mich immer wieder. Heilige Scheiße. Unsere Krieger da unten, ne? Die würden uns eigentlich auch so wegrasieren, ja. Aber sie haben einfach keine Chance gegen dieses Balancing. Nennen wir es mal Balancing, Mann. Heiliger. Ich wünschte, das wäre im PvP so. Dann schön PvP-Arena und die ganzen guten PvP-Spieler einfach komplett mad machen den ganzen Tag. Nein, hallo. Hallo. So asozial bin ich ja dann doch nicht, aber das wäre schon witzig, ne? Außen nichts von heute auf morgen so ein Hotfix, so ein typischer Blizzard-Hotfix, der irgendeine Animation verbessern soll. Und auf einmal One-Shotten-Priester alles, Junge. Was zum Teufel, Mann. Würde mich nicht wundern, wenn das passiert. Wenn sie versuchen, das zu Hotfixen und anstatt es aus der Welt zu schaffen, wird es schlimmer. Dann ist es nicht nur in Zeitwanderung so, sondern auch außerhalb. Boom. Boss kaputt. Ey, was zum... Also, wirklich. Ist das behämmert geil. Und es macht so Spaß, ne? Es ist so eine richtig simple Dulli-Mechanik, Mann. Geil. Ivory mit sieben Monaten und Lambi mit dem 23. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Eins gegen Eins gegen Seppo. Ne, Seppo ist krass. Das ist kacke. Seppo ist leider generell krass drauf. Auch ohne die Tentakel. Da würde ich immer verlieren. Das ist nicht schön. Das ist so, wie wenn ich das One-on-One gegen Tivas for Orgrimma irgendwann annehme. Das ist... Das ist nicht schön. Da möchte ich gern verzichten. Da bin ich leider immer verhindert in solchen Momenten. Oh, Int. Warte mal, da rolle ich aber auch mit. Einhand. Int, Bruder. Ah, verloren. By the way, one for Orgrimma. Darfst auch Shadow spielen. Achso, das ist aber nett, dass ich das darf, mein guter. Ja, ich bin da leider bei meiner Oma auf dem Geburtstag, ne? Ich kann da nicht. Jo, erst die Arme, ne? Links, rechts, mittel. Klingt gut. Erst den linken Arm, dann den rechten Arm, dann die Mitte. Das ist der Plan. Klingt ein bisschen wie ein Trinkspruch, ist aber die Boss-Taktik. Darum Ready, Check. Ready, Check. Und ab dafür. Dies ist der Plan. Wenn die Priester so sind, dann bekommt man Herold der Titan easy. Ja, einfach alles, ne? Kannst du auch mythisch raiden dann, wenn das Scaling so weitergeht. So, ja, linker Arm ist da drüben, ne? Und da geht's los. Okay, wollte schon sagen. Pull-Time, ob es eben nicht genutzt, fangen wir gar nicht erst mit an. Zack, na, dann mal rüber da. So, erst mal ein bisschen aufbauen hier. Und dann gehen wir rein ins Gedankenschinden. Und hoffen, dass wir unsere lieben Freunde zeitnah bemerkbar machen. Junge, der Arm ist schon weg, was? Warte, was? Junge, was passiert denn? Der ist gleich schon tot. Um Gottes Willen. Heiliger. Jo, was jetzt aber der Boss seltsam skaliert, oder? Die Tentakel sind ja jetzt erst da. Guck mal, Schadensmeter. Junge, was da alles geflogen kommt. Hilfe. Das war der Boss. Ach, du Scheiße. Das Item aus dem Solo-Shuffle war schon geil. PS, es gibt auch ein... Ein LOL-Item? Salz. Achso, wow. Okay. Dankeschön für das Salz. Das werde ich zu Nutzen wissen. Mhm. Blue Core mit 58 Monaten. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und ich habe Acerid bekommen aus der Uldua-Tour. Okay. Okay. Das freut mich sehr. Mehr Acerid, Leute. Ja, ist halt auch ein Raid hier. Alte Götter und Titan, ja. Bester Farmspot. Was ist da los? Mal gefragt mit den ganzen News, die gedroppt werden. Kommst du dann noch hinterher? Nee. Nee, nee. Ich habe ja jetzt zwei, drei Videos gemacht zu den Patches mit dem Wichtigsten und auch dem, was Blizzard so veröffentlicht hat. Aber da seit Tagen jeder Data-Miner alle zehn Minuten irgendwas Neues raushaut, ja. Da. Oh. Du brauchst Gier. Das ist aber lieb. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Da müsste man halt wirklich alle zehn Minuten ein neues Short-Video machen, das dann eine 30-sekündige News beinhaltet, ja. Und das, ja, das ist eher nicht so meins. Dafür haben wir 7000 News-Seiten. Und da ist, glaube ich, jedes Mal ein Video nicht zielführend. Und das bringt natürlich auch gut Klicks, ja, aber das sind nicht unbedingt die Klicks, die ich dann haben möchte, sage ich mal. Boss-Erklärung spielt Shadow. Reicht, ne? Ist ja auch schön. Ja, freut mich für die Priester, dass man das mal so sagen kann hier in der Zeitwanderung. Ausgezeichnet. Draußen aufpassen, genau. Da läuft hier Aureaia rum. Aureaia ist auch seltsam. Klingt auch wie so ein Song aus der Strandbar, oder? Und ist die Frage, nee, wir gehen erst mal zu Hodia, oder? Wir machen Hodia und die Katzentante, die können wir dann irgendwie auf dem Rückweg wegschallern. Jetzt sind wir ja schon in Schnee und Eis. Dann ziehen wir das auch erst mal durch, würde ich sagen. Beim nächsten Time-Work müssen echt alle Priester mitnehmen. Ja, das Ding ist, das Ding ist, jetzt wo wir das so richtig gefunden haben, ist das safe genervt bis zum nächsten Zeitwanderungsevent. Darf auch gar kein Video irgendwie in so einer Richtung benennen. Also gar keiner. Kein WoW-Creator, kein großer Twitterer darf irgendwas dazu schreiben eigentlich. Dass Blizzard das gar nicht erst mitbekommt. Nee, es ist ja schon länger so. Also erstmalig haben wir es gesehen beim letzten Zeitwanderungsevent, wo wir in BT waren. Und da war es, glaube ich, auch schon Seppo, ne? Der da so durchgefetzt ist. Und dann hatten wir da langsam ein Auge drauf. Aber, ja. So richtig hochgekocht ist es dann jetzt. Ja, war auch eh. Huhu, ne? Man kennt's. Wenn es so bleibt, sehe ich, rosig für Feuer landet. Das stimmt. Da ist dann auch egal, welches Bein wir mit den Tentakeln beömmeln. Das geht dann einfach, wupp, sauber durch. Mone, Hallöchen. Alle jetzt Shadow Main. Alle rerollen direkt wegen Ulduar Zeitwanderung. Ey, Gedankenschinden. Habe ich schon immer geliebt, ne? Geil. Das Scaling ist das. Ja, ja. Also es ist eher ein Talent, das nicht gut skaliert ist hier unten. Götze von Kasun, dass du mit Gedankenschinden eine Chance hast, so einen leeren Tentakel zu beschwören. Und dieses leeren Tentakel, das wirkt eben auch so ein Gedankenschinden. Und dieses Gedankenschinden macht einfach so utopisch kranken Schaden, dass es wirklich in Zeitwanderung alles wegschmilzt. Was nicht bei drei auf dem Boss ist. Und, äh, auf dem Boss ist. Auf dem Baum ist. Und darum solltet ihr, wenn ihr Zeitwanderung mit dem Priester macht, auf jeden Fall den Shadow wählen. Und Götze von Kasun mitnehmen, weil das ballert mies, ja. Das carried hier ordentlich die Bosse. Wird man gleich bei Hodia vermutlich auch wieder sehen. Ist natürlich abhängig davon, wie oft diese Tentakel procken. Ja, wenn du Pech hast und ist Prock keins, naja, dann hast du natürlich nicht so viel gekonnt. Aber an sich hast du auch gegenteilige Momente, wo dann auf einmal drei procken. Ja, und dann machst du den Boss alleine. Da hast du in Zeitwanderungs-Dungeons schnell mal dieses Tentakel, was dann 80% deines Gesamtschadens macht. Und auch 80% vom Gesamtschaden der ganzen Gruppe, ja. Also völlig aus der Norm gefallen. So, Leute. Ich mach mal einen Ready-Check. Und dann gucken wir uns das an. Hab auch Zeitwanderungs-Gian. Ach so, deswegen ballerst du nochmal ein bisschen mehr. Ja, ja, ja. Seppo ist nochmal ein bisschen anders optimiert hier, ne. Guck mal, Lego-Umhang, Herz und Azeroth und so dabei, ja. Ah ja, ah ja. Das knallt natürlich auch ordentlich, ne. Zehira war nicht ready. Ist aber jetzt auch da, oder? Ich glaube ja. Glaube ja, dann würde ich jetzt einen Pult-Timer machen wollen. Und dann können wir eigentlich rein, wa? Dann gucken wir mal, wie das aussieht mit Hodie. Auch so ein schönes Boss-Design. Fand ich so cool. Die Söhne Hodies und dann auf einmal Hodie selber, ne. Boah, dachte ich. Junge, Hodie selber. Boah, das waren noch Zeiten, ey. Der Chef. Okay, erstes leeren Tentakel ist da. Das ist schon mal big. So wollen wir das gerne sehen und beibehalten. Nur brauchen wir jetzt noch mehr davon, Leute. Eieieiei, was krieg ich hier auf die Fresse? Dabei soll Hodie doch auf die Fresse bekommen. So, schön rein da. Jawohl. Und wir brauchen mehr Tentakel. Die Priester-Kollegen haben gerade ein bisschen mehr Glück als ich. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Wichtig ist nur, dass die Tentakel-Böllern, Junge. Ey, diese Schadensübersicht einfach, ne. Ach, du Scheiße. Und ich glaube, ich muss mich hier mal so ein bisschen aufwärmen an diesen Leuchtesäulen, ne. Weil sonst erfriert man hier. Ist ein bisschen Jaina-Cosplay dann. Und das sind genug Tentakel, glaube ich. Ja. Da ist er umgehauen. Ah, ist das geil. Es macht auch immer wieder aufs Neue Spaß. Man könnte ja meinen, okay. Ja, schön da, diese Eume mit ihren Tentakeln. Das wird auch total schnell langweilig. Ah, ah. Es macht jedes Mal aufs Neue unglaublich Freude, so einen Tentakel-Spawn zu sehen. Und wenn dann diese hunderten lila Gedankenschinden-Animationen auf den Boss einprasseln, ist das einfach nur eine Wohltat, ja. Eine Wohltat, Leute. Gut, dann hätte ich gesagt, wir nehmen als nächstes ruhig Aureaia mit, wenn die hier gerade rumpatrouilliert, oder? Dann könnten wir da einfach reingehen. Oh, da ist sie for real auch gepullt worden. Okay, ob das jetzt so gut ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber wir gucken mal, wie sich das entwickelt, weil eigentlich dürfte ja keiner zu weit wegstehen jetzt, oder? Genau, da kommt der KR. Und ich glaube, die Katzen konnten einen anspringen und fucking töten. Das würde ich ganz gern vermeiden. Aber vielleicht tun wir das, indem wir sie einfach mit Kampfrausch jetzt aus dem Leben treten. Das wäre natürlich durchaus nice. Es sind noch zwei tot, ja. Können wir die nicht beehren? Ist denn hier irgendwer mit einem BR am Start gerade? Oder können wir den Boss überhaupt resetten? Das wüsste ich jetzt nicht. Aber BR wäre natürlich big, ne? Wenn da wer rankommt. Guck mal, wir werden sogar zurückgeführt gerade. Wir werden sogar zurückgeführt. Ich habe leider keinen. Ich sehe auch nicht die Leichen, um ehrlich zu sein. Da drüben. Ah, damn. Drei Minuten CD. Schade, okay. Das war jetzt ein bisschen unlucky. Ja, Freunde, deswegen bitte mindestens auf den Ready-Check warten, ne? Damit wir eben sehen können, ob wer fehlt oder nicht. Oder, oder. Ansonsten, ja, stehen wir gleich mit drei Leuten bei Jock. Das ist irgendwie auch nicht so in der Sache, ne? Ja, deswegen bitte immer ans Rätseln denken, gerade lieber Hylor. Nervösen Finger nach dem Bosskill, ne? Gleich einmal aufheben. Und dann immer den Ready-Check wenigsten abwarten. Das wäre schön, Freunde, wenn wir da wieder so ein Stück weit Ruhe... So ein Stück weit Ruhe reinkriegen. Phoebe mit den wunderbaren Bits und Herr Agony mit dem ganzen Jahr vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Die Schwester meiner besten Freundin hat Katzenbabys bekommen und meine BF versorgt mich seitdem immer mit Bildern von denen. Ich erinnere mich, ja. Da schmilzt mein Herz dahin. Am liebsten alle mitnehmen. Ja, ja, so ein Kuschelhaufen, ne? Da hat es immer was Feines. Hab einen Helm, willst du? Oh, ja, würde ich sehr gerne nehmen. Helm finde ich gut. Da habe ich noch so ein mieses grünes Kackteil, hör mal. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen zum guten Thorim, ne? Geile Sache, vielen Dank. Und bei Thorim, da müssen wir die Gruppe ein bisschen, ein bisschen splitten, ne? Eine Hälfte bleibt unten in dieser Arena und die andere Hälfte kämpft sich durch so einen kleinen Parcours quasi hoch zu ihm. Die Milis durch den Parcours wurde vorgeschlagen. Klingt gut, weil da muss man ja laufen, da muss man ein bisschen ausweichen, ne? Und die Tentakel machen die Arena derweil, ja. Glaube, das ist sinnig, dass wir das so splitten. Und dann geht eben der eine Gruppenteil, vor allem mit den Milis, gleich links in dieses Tor rein. Und der Rest bleibt dann in der Arena. Also wir müssen auch ein paar Heiler mitschicken, nehme ich mal an, ja. Da müssen sie unsere Heiler vielleicht auch aufteilen, dass da drei mitgehen und drei bleiben in der Arena. Und dann sollte das nicht so das Ding sein, ja. Weil bevor Thorim kommt, müssen wir uns erstmal beweisen in seinem kleinen Fight Club hier. Und dazu müssen wir eben diesen Spießrutenlauf absolvieren und gleichermaßen überleben, ne? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, passt gut zu meinem Set hier, der Helm, oder? Der ist richtig fancy, Alter. Es schmeckt wieder. Ha, 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 der Style ist real. Hat Hodir von Jaina gekosplayt oder Jaina von Hodir wegen der Eisblöcke, ne? Ja, da fühlen wir uns direkt auf eine ganz seltsame Art und Weise mit verbunden. Das stimmt wohl, die etwas andere Lore. Was wir aufteilen? Drei Tentakel bleiben in der Arena, der Rest macht den Parcours. Ja, das wäre auch schön. Okay, Freunde. Dann sprechen sich unsere Tanks gerade noch ab. Liebe Heiler, dann bitte auch ein bisschen aufteilen. Ja, ich würde sagen, drei eben hier bleiben. Drei mit rüber zu den Milis, dass sie uns da nicht umfallen auf dem Parcours. Und dann, dann, dann sollte das laufen. Ich mach mal einen Ready-Check. Und dann gucken wir, ob das so ungefähr hinhaut oder eben auch nicht. Bauen geht mit runter, jawohl. Dann bleibt Stahlpfote in der Arena. Deswegen vermute ich auch das Nein, ne? Weil das noch nicht, noch nicht, noch nicht gecallt war. Sortiere gerade, sagt er. Ja, das muss auch sein. Ordnung ist das halbe Leben, pflegen die Titanen zu sagen. Und dann ist er, glaube ich, auch geklärt. Ja, okay. Dann würde ich mal einen Pull-Timer machen und wir gucken uns das mal an. Wir hätten jetzt natürlich auch, ne, wie bei Raser-Gäste und Diorna richtig einteilen können und so. Aber da wurde schon ein bisschen vorzeitig gepullert hier. Aber, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig. Bisher hat er, abgesehen vom ersten Teil mit den Fahrzeugen, der Raid nicht so geglänzt in Sachen Schwierigkeit, was super ist, ja. Und darum, glaube ich, wir können uns an einigen Stellen das direkte einteilen und so sparen. Da ist jetzt genau dieser Parcours geöffnet. Da flitzt unsere Gruppe mit lange. Ja, unser Priester wollte auch mit hier. Hat gedacht, meine Tentakeln sind Meelies. Ja, die kriegen das schon hin. Kein Problem. Und ich glaube, die Etsy, wenn die so vereinzelt kommen, aha, wollte ich schon sagen, dann können wir ja AFK gehen. Aber siehe da, sie kommen nicht vereinzelt, sondern sie haben Bock auch auf die Fresse zu hauen. Bisschen Klaus-Kinski-mäßig die Etsy heute. Boom, junge Gedankenschinden. Ach, schön. Ja, hier unten muss auch geheilt werden. Wir sehen das. Torim, ne, wirft hier seinen Hammer. Haut uns mit Etsy huckevoll und aktiviert diese blitzenden Säulen. Das ist auch nicht gerade angenehm, aber glaube auch damit kommen wir insgesamt dann klar. Nur können wir jetzt mit den Tentakeln nicht so glänzen, Leute, ne, weil die leider nicht lange genug leben. Da kriegt man gar nicht alles raus, was man raushauen möchte. Ach, es sind auch schlimme Zeiten hier wieder in Ulduar. Ich sag's, wie es ist. Und unsere Meelies können wir jetzt gar nicht groß verfolgen. Sehe ich die auf der Karte? Oh doch, guck mal, sie sind schon dran. Yo, die sind schon durch mit dem Parcours. Na, siehste. Müssen wir überhaupt nicht groß auf die Uhr schauen. Schon mal auf den Boss hauen da oben. Ja, schon mal so ein bisschen vor dotten. Ja, sehr gut. Ey, geht's set mit Achievement hier. Na dann, Leute, ran an den Speck. Einmal wegklöppeln den Kollegen Thorim. Bin ich gespannt, ob der jetzt hier mehr zu sagen hat als die anderen Eumel. Da sind schon mal zwei Tentakel von mir. Das sehe ich aber sehr, sehr gern. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein drittes. Das würde ich ja auch gern sehen, aber... Ey, es sind drei. No way. Und Seppo, was machst du da wieder? Seppo, hast du wieder die Pilze gegessen, von denen du nicht naschen solltest? Oder? Scheiße. Ich dachte, ich bin gut drauf mit meinen drei Tentakeln. Alter, okay. Okay. Von mir aus. Ja, bin ich halt Platz drei so leicht abgeschlagen. Naja. Man kann nicht immer alles haben, wa? Was ich mich gerade frage, wenn wir so von Schattenpriestern reden, ob die in der WoW-Gesellschaft, also Sturmwind oder OG, er ungern gesehen sind, so rum, kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Schattenpriester in Sturmwind die Kathedrale betreten dürfte. Ne, denke ich auch nicht. Geil, schultern. Geil, schultern. Denke ich auch nicht, ja. Aber viele dieser Elemente, die dann ja auch Gameplay-technisch interessant sind, werden von Blizzard ja gern runtergeschluckt. Bestes Beispiel Magar-Orks, ja. Oh, Handschuhe auch noch. Vielen Dank. Dankeschön. Und bei Magar-Orks, sie können Priester werden, klar, weil Schattenmond-Clan in WOD hat die Lehre angebetet. Ja, die können aber auch auf Lichtsbecken, also dem kosmischen Element dienen, das quasi ihren Planeten und ihre Familie ausgerottet hat. Ja, und trotzdem kannst du als Magar-Ork mit den Deinen interagieren, ohne dass sie dich zum Teufel jagen. Deswegen, ja, rein theoretisch müsste es da solche Probleme geben, aber Blizzard hat bisher nicht die Nötigkeit gesehen, das wirklich in diesem Ausmaß in vielen Bereichen mit durchzuziehen. Weswegen wir da gern zwischen Gameplay und Story eben splitten und das Ganze ein bisschen geteilter betrachten. Aber davon abgesehen, klar, es gibt ja auch ein paar Beispiele in der anderen Richtung, wenn wir an die Todesritter denken, ne, wenn die zum ersten Mal in einer Hauptstadt ankommen. Oder jetzt auch die Drakteur, die werden natürlich ganz besonders beäugt, ne. Das wäre dann mal so ein Gegenpool. Wie sieht es mit den Schultern aus? Ah, die sind genauso wie meine. Ich dachte, das ist ein Big Upgrade. Dann würde ich die auch mal verrollen. Warte mal. Dann kann ich die ja traden. Und dann würde ich die tatsächlich auch verrollen. Mal gucken. Kann ich auch mal was zurückgeben hier in den Raid? Guck mal, mein Twink, der braucht nicht alles, Leute. Was für eine Offenbarung, oder? Crazy Times. Crazy Times. Also, mit dem 59. Na, Löwchen, wo wir gerade von wilden Zahlen gesprochen haben, ne. Vielen lieben Dank. Danach gibt es aber ein fettes Taschengold für Seppo. Der zieht euch ja da durch. Ja, es gibt eher ein fettes Taschengold für alle anderen, dass sie sich auch ein Zeitwanderungsset basteln können, oder? Hahaha. Das ist der Plan. So, das haut hin, das haut hin. Außerdem, Tom, darfst du nicht vergessen, dass das Classic Content, der als Beste, noch das wahre WoW und sehr, sehr schwer. Deswegen ist es unmöglich, dass man sich hier durchzieht. Das bitte ich zu bedenken, ja. Sonst kommt schnell die WoW-Polizei. Und dann ist aber vorbei mit solchen Gedanken. Dann müssen wir stets wachsam sein. Wachsam und vorbereitet. Siehste, sonst passiert nämlich ruckzuck sowas. Und dann haben wir auf einmal schon den Boss gepullt. Naja. Ja, auch Freya patrouilliert hier, glaube ich, ne. Die ist jetzt mal schön in unsere Seite geschossen gekommen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ja. Wer hat denn meine Schultern gewonnen? Hm, gewonnen hat Pyro. Pyro, Pyro. Aber das sind nur Priesterschultern. Ach so. Deswegen Set-Teil, ne. Lookalike und so weiter. Ah, deswegen kann es auch nur ein anderer Priester gewinnen. Ich verstehe. Habe ich aber auch nicht hingeschaut, ja. Weil es gerade im Chat geschrieben wurde und nicht, dass es Verwirrung gibt. Niemand die Wächter ansprechen und so für Jock deaktivieren. Ja, sollte jemand auch auf den alten Filmen unterwegs sein und gerne alles ansprechen, was ja erfahrungsgemäß immer Fail ist in Raids, bitte nicht tun. Bitte mit keinem hier quatschen, bitte keine Sachen drücken. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, dass das gerade richtig und wichtig wäre, dann möglichst vermeiden diese Situation. Gerade gesehen hat er nur Stoff im Auge gehabt. Ja, kenne ich. Kenne ich, kenne ich. Alles cool. Habe ich selber ja auch nicht gesehen, ne. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gelockt ist, aber da zeigen sie uns, wo der Frosch die Locken hat. Das heißt, das heißt, das heißt, gewonnen hat Solvestia, oder? Ne, Juna. Juna hat gewonnen. Okay, gut. Gut, gut. Und wir wollen zum Konservatorium des Lebens. Ja, guck mal, hier ist sogar noch ein lebendiger Fight im Gange. Ja, das ist unlucky, ne. So Bosse, die patrouillieren, das ist immer ein bisschen frech, aber gut. Wenn wir nur an sowas viben, Leute, dann glaube ich, wir kommen insgesamt damit klar, ne. Dann ist das, denke ich, okay. Ja, warum wir mit den Wächtern nicht reden? Ganz einfach, die helfen uns im Kampf gegen Jogsaron, ja. Alte Götter, natürlich geht es auch da wieder um geistige Gesundheit und so. Da sind wir natürlich vorbereitet, ja. Und da helfen uns die Wächter eben, um die ein bisschen wieder herzustellen und all so ein Bums eben, ne. So, Juna, dass ich dich gerade mal erwische hier. So. Dann haben wir dat nämlich auch. Und dann sollte dat passen. Sehr gut, sehr gut. Okay, wo ist sie denn, die Freya? Da rechts steht sie gerade. Bleib los da stehen, du olle Zibbel. Kommt sie ja reinflankiert, ne. Ich glaube, es geht los, ey. Ganz, ganz fürchterlich. So, rein da. Ohne Abfahrt. Komm auf Aldo in die Kathedrale, als Rendorei oder Schattenpriester. So, und ein Teil der RP, Leute, holt Fackeln und Mistgabeln. Das glaube ich, ja. Die Rollenspieler, die können natürlich dafür sorgen, dass diese Elemente ein bisschen belebter auftreten, ne. Als man das vielleicht von den NPCs erwartet hätte. Da hast du völlig recht. Wo ist sie jetzt wieder hingelaufen? Da drüben. Sie hat sich getarnt, Freya. Sie ist eins mit der Natur geworden. Verrückt. So, da auch schön reinwärmsen, Junge. Boom und gleich den Strahlenkranz und die Gedankenexplosion. Es gibt auch die Chance, ihr seht das hier, dass das Tentakel bei der Gedankenexplosion, also der AOE-Variante, prockt. Da ist es nicht so stark. Ja. Nur die Variante vom Gedankenschinden. Die ist so heftig, dass sie derart durchbrettert. Ja. Aber hier, die Gedankenexplosion, die ist natürlich auch nicht schlecht, aber meiner Erfahrung nach nicht so krank skaliert, ja. Wie der ganze andere Bums in der Richtung. Itemlevel, das hier droppt, war glaube ich 389, oder? Ja, 389. Also schon nicht ohne, ne. Dafür, dass es Zeitwanderung ist und du hier gefühlt mit dem letzten Guffelgier auch brillieren kannst, also da ist 389 für mich schon echt in Ordnung. Wenn die Wächter angequatscht werden, hat Jock keinen Hardmode, nicht andersrum. Ja, eben, ne. Eben, eben. Deswegen meine ich generell irgendwie in Raids, was anquatschen ist immer, immer eine gefährliche Nummer. Auch wenn ich an ICC denke, wenn du da mit Varian und Garrosh geredet hast, dann haben die ihren Buff weggenommen, ja. Der sonst wöchentlich immer höher ging mit hier mehr Schaden, da mehr Heilung und, und, und. So, ich mach mal einen Ready-Check. Und dann finden wir raus, ob auch Freya Böcke hat. Adds töten, bis sie ihre Stacks runter hat. Okay, also ein bisschen auf die Adds achten hier, Freunde. Und dann sollte das passen. Da kommt sogar ein schnellerer Pull-Timer und wir sind viel zu weit weg, Lull. Das war geil. Ah, das war, das war schön anzusehen. Gut. Dann würde ich sagen, let's setz, wir gehen mal rein into Freya und müssen ein bisschen auf die Adds achten. Wobei wir jetzt natürlich erstmal gucken werden, ob wir das wirklich müssen. Oder ob wir sie einfach so aus dem Leben drücken. Oh nein, ich habe Stille. Da müssen wir zu den Pilzen hin, ne? Ja, ja. Bei den Pilzen, da ist es laut. Nicht nur beim Fußpilz, sondern auch bei denen hier. Und diese uralten. Schatten gesperrt. Oh nein. Ah, das ist ja schlimm. Der hat mir einfach ins Gesicht geatmet. Oh, wenn ich sowas will, dann fahre ich Bahn. Meine Güte. Und jetzt können wir aber weitermachen. Das ist sehr, sehr nett. Und die Pilze sind mit uns und die Bäume werden fallen. Zerstört den Damm. Befreit den Fluss. Nice. Heftiger Fight gewesen. Und die Tentakel haben wieder reingehauen. Ausgezeichnet. Ja, wenn man natürlich Schatten gesperrt bekommt, dann ist Scheiße für die Tentakel. Dann ist das nicht ganz so gut gelaufen. Schön die Turin hier mitnehmen. Jawollo. Gut, dann geht es zu Mimiron, ne? Und dann haben wir nur noch Vejax und Jogi und dann Algalon. Mal sehen. Also vor den letzten dreien, da habe ich schon ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Er hatte zugegebenermaßen auch vor denen hier eigentlich Respekt. Aber bisher war Original der Flammenleviathan am schlimmsten. Und zwar, weil wir uns in der ersten Hälfte des Fights zu ihm hin ein bisschen doof angestellt haben, ne? Tja, bin gespannt. Von mir aus können die genauso schmelzen, aber ich ahne Schlimmes. Wenn sie es tun, dann gibt es vielleicht zehn nette Ragimounds, wollte ich sagen. Aber zehn nette Jogi-Mounds noch obendrauf, Alter. Schön ein bisschen Mimiron's Kopf in die Tasche. Let's go. Ich stelle gerade fest, Zeitwanderung hat gar kein Algalon. Warte, wirklich nicht? Wait a second. Zeitwanderung. Wait, der ist gar nicht drin. Lull. Erst dachten wir, die Tür geht nur nach Jogi auf. Aber der ist gar nicht da. Aha. Wieso das nicht? Hatten sie Angst, den falsch zu skalieren? Oder wie? Hat der auch leeren Tentakel? Oder? Naja, gut. Dann sind es wohl nur die drei. Dann ist das Problem Algalon anscheinend gerade gestorben. Oder? Ist nur der Abenteuerführer ein bisschen durch den Wind? Das kann auch sein, ne? Wow hat listed Algalon als Boss. Das ist jetzt nämlich die Frage. Vielleicht spinnt nur unser Abenteuerführer ein bisschen rum, ne? Und sagt, naja, Leute, ich werde ja auch zu wenig bezahlt, um alles anzuzeigen, ne? Und dann ist er schon in Urlaub gefahren. Mashbowl mit dem 26. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Denk dran bei Mimiron, der große rote Knopf gibt extra Loot beim Drücken der Miese. Wenn nicht wissen, wie viele Raids auch da zugrunde gegangen sind, ja? Weil der Knopf einfach zu verlockend war. Letztes Mal war der noch da. Siehst du, Seppo sagt auch, eigentlich muss der da sein. Ist ja merkwürdig, warum es genau da dann rumspinnt, oder? Wir werden es rausfinden. Vielleicht ist er auch krank, ne? Vielleicht hat er irgendwie eine Grippe verschleppt oder so. Ist heute nicht da, muss man eine andere Welt begucken. Wir finden es auf jeden Fall raus, aber ich fände es auch ein bisschen sehr random, wenn sie den draußen gelassen hätten, ne? Das fände ich ein bisschen merkwürdig, aber hin und wieder macht Blizzard ja merkwürdige Sachen. Auch da bitte noch nichts drücken, bis alle drin sind, Freunde, damit wir hier gemeinsam mit der wunderschönen Bahn fahren können, ja? Da bitte einmal abwarten, bevor ihr irgendwas anklickt, damit auch alle mit an Bord kommen können. Das wäre sehr, sehr schön. Das habe ich auch sehr gefeiert hier mit dieser Bahn. Also da ist Ulduar, ne? Wenn man sich das hier anguckt, wirklich Liebe, Mann. Das war so ein Highlight. Erstes Mal Ulduar. Und dann mit dieser Bahn fahren, die Tiefenbahn fahren zum ersten Mal. War schon geil. Algalon hat in der Vergangenheit keine Lust, die Welt zu zerstören. Ja, der hat sich auch gedacht, ne? Immer wieder hier auf den Kopf bekommen. Junge, ich reise woanders hin. Der ist im Homeoffice, genau. Der ist im Homeoffice. So, sind glaube ich alle drin, oder? Dann Herr Schaffner. Wer auch immer sich da berufen fühlt. Einmal bitte starten hier. Wir fahren pünktlich. Geil. Ach, das ist wirklich cool Design. Also für tiefes Vodka ist Ulduar wirklich auch immer noch richtig schön. Oder jetzt hier ein bisschen raus. Sehr, sehr geil. Oh, Tivas, Junge. Ja. Der Zugbär, schau mal. Mit Engelflügeln. Sehr, sehr sweet. Oh, dann sind wir schon da. Wollen wir den Knopf denn drücken? Oder nein? Ich frage jetzt direkt nochmal unsere Gruppe und unsere Wissenden. Lul, Seppo. Geiler Move. Weil nicht, dass wir gleich wieder so ein Dilemma kriegen wie beim Herz. Nein, wollen wir nicht drücken. Ja? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also die Mehrheit ist zu Ja. Auch die Mehrheit, die gar nicht im Raid ist. Ja, wir können schon probieren, oder? Ich würde auch sagen, wir probieren es. Das ja beim Dekonstruktor besser, also deutlich besser gelaufen ist, als wir erwartet haben, oder? Würde ich sagen, wir probieren es. Aber bitte noch nicht jetzt drücken, ja? Vorsicht da vorne, dass ihr nicht zu früh pullt. Darum werde ich einen Pull-Timer machen. Dann drückt einer den Knopf und dann starten wir. Aber wir probieren es nur mal, ne? Wir wollen nichts Tryharden oder so. Aufgrund der guten Erfahrungen würde ich auch sagen, wir testen mal. Ja. Okay. Mimiron ist am Werkeln. Am Knopf steht Tivas schon bereit. Wir müssen nur gerade gucken, dass wir Seppo vielleicht noch ranbekommen. Können wir porten? Port ist noch nicht aktiv. Können wir ein Steinchen stellen, liebe Hexer? Dass wir Seppo ranbekommen? Der ist nämlich gerade ein bisschen sehr energisch vom Zug gesprungen. Und dann durch die Brücke gefallen. Das ist, äh, ja, ein bisschen doof gewesen vom Schaden her. War so ein bisschen Kill-Jaden-Erlebnissimulator aus Legion. Und wenn Seppo da ist, dann mache ich einen Ready-Check. Dankeschön für den Portstein. Eine Hexe. Oh, stimmt. Pyro hält hier wieder die Fahne hoch, ne? Und dann legen wir los. Ja, bitte keiner, keiner Mimiron direkt angreifen, sondern der Knopf hinten pullt. Ja, das Drücken des Knopfes pullt den Boss. Kein direkter Hit, bitte, bis das passiert ist. Und dann geht's los. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Tentakel carryen. Oh, das soll so noch nicht sein, oder? Ey, Junge, er ist noch gar nicht angreifbar und fährt erst mal über einen Parade-Member rüber. Was für eine Legende. Junge, er war einfach nicht angreifbar und überfährt erst mal welche. Was zum Teufel. Das war ja super. Ey. Finde ich ein bisschen unfair jetzt, aber gut, das ist die Rache für die Tentakel, wa? Er plättet hier einfach ein paar, Junge. Als wären wir so fliegen auf der Autoscheibe, wenn man auf der Autobahn langzischt. Was sollte der Move denn, Mimiron, du Vollarsch, wirklich? Da konnte ja nicht mal ein Tank jetzt spotten oder so. Einfach über den Haufen gefahren. Heilige Scheiße. So, Feuer breitet sich aus. Da müssen wir natürlich aufpassen, ne? Das macht böse, böse Aua. Auch die Minen, die ja auf dem Boden liegen, die machen das Ganze nicht angenehmer. Da sollte man ein Auge drauf haben. Hälfte der Gruppe ist jetzt erst mal spontan aus dem Leben gefeuert worden. Und da haben wir jetzt die zweite Phase. Dann kommt ja die dritte Phase mit dem Kopf und dann die vierte Phase, wo sie alles zu so einem Optimus Prime Transformer zusammen fusioniert, ne? Na gut, es leben noch alle Priester, Freunde. Noch ist alles in Ordnung. Noch können die Tentakel carryen. Aber wer weiß, wie lange noch, ne? Here we go again. Okay, sind wir mal gespannt. Zack, einmal schön drauf da. Und dann hoffen und believen, dass viele Tentakel kommen und uns hier unterstützen. Weil meine haben gerade nicht so Böcke, leider. Aber das legt sich bestimmt mit der Zeit. So. Nächstes Gedanken schinden. Das gibt es ja nicht. Seht ihr das, Leute? Wie nicht eins momentan aktiv ist. Einmal bei den Priesterkollegen. Ja, ja. Da geht es rund, Junge. Da sieht es gut aus. Letztes Drittel vom Boss. Feuer breitet sich weiter aus. Ich glaube, oh oh, ich glaube, im weiteren Verlauf, nein, zwei Priester umgefallen. Oh oh oh. Im weiteren Verlauf kommen so Löschbots, die das Feuer ausmachen. Und dann wird das auch weniger mit dem Feuer. Aber ich denke, wir können uns hinlegen und das nochmal machen. Ja, jetzt sind zu viele umgefallen. Tanks sind down. Dann einmal rein ins Feuer. Und das machen wir nochmal. Wieso mit so vielen Priestern? Guck mal ins Schadensmeter. Priester mit der Götze von Cthuln skalieren überhaupt nicht. Du beschwörst dadurch regelmäßig einen leeren Tentakel. Das macht 80% von deinem Schaden. Wenn es gut progt, auch 80% vom Gesamtschaden der Gruppe. Darum, wenn Zeitwanderung, dann Schattenpriester und Götze von Cthuln. Das ist einfach Big Scaling aktuell. Jo, dann gucken wir da nochmal. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit dem Hardmode. Ob wir das jedes Mal drücken müssen. Ob der dauerhaft aktiv ist oder nicht. Aber eben wurde ja auch einfach gar kein Fick auf die Mechaniken gegeben. Das war ja jetzt der erste Boss, der mehr macht, außer Tank-Hits und Umfallen. Darum müssen wir wohl ein bisschen schauen, dass wir da auf die Mechanics achten. Der Funken dürfte das sein. Jawohl. Und dann, ja, probieren wir das nochmal. Feuer ist böse. Minen sind böse. Und Schockblast ist böse. Fügt allen Gegnern innerhalb von 15 Metern 5.000 Naturschaden zu. Aber was machen wir dagegen? Weg von der Melee-Range. Achso, das castet er vielleicht, wa? Oh, und direkt wieder gepult. Ja gut, das war jetzt nicht so clever. Dann gucken, ob wir ihn resetten können. Ja, Mimiron hat Böcke, ne? Der hat Böcke. Guck mal, der erweitert auch spontan sein ganzes Boss-Areal hier. Aber gut, wir warten dann vielleicht hier auf der Treppe für die Sicherheit. Junge, der Bruder ist aggressiv. Der Bruder ist aggressiv. Eieiei, es war ein geplanter Reset. Okay. So sieht's aus. So wollen wir das in Erinnerung behalten. Ja, nicht so schlimm. Alles cool. Passiert den Bäschen, sah nur sehr witzig aus. Ja, und ich glaube, der Knopf ist dauerhaft aktiv, oder? Glaube tatsächlich, ja. Dann müssen wir jetzt aufpassen, liebe Melees, die da alle aus dem Leben geschottet wurden. Nein, ist er nicht. Ah, okay. Glück gehabt. Glück gehabt. Er ist nicht dauerhaft aktiv. Sehr gut. Jetzt könnte man ihn wieder drücken. Dann würde ich aber sagen, wir pullen an der Stelle normal, oder? Dann könnten wir vielleicht auf die ein oder andere sehr tödliche Fähigkeit verzichten. Und dann kippen maybe nicht die Melees nach 10 Sekunden Infight alle um. Insofern wäre das vielleicht ein Alternativplan. Ansonsten, 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 wichtig, dass ihr daran denkt, wir haben Teleporter. Naja, auch direkt, wenn ihr hier vorne spawnt, runterreitet, bevor ihr in den Bereich kommt, wo wir mit den Maschinen quasi die ganzen Signale weggefetzt haben. Da ist rechts ein Teleporter und ganz unten ist der Funken der Imagination, Imagination, irgendwie so. Da wollen wir uns hin porten. Und wenn dann alle da sind, gibt es so einen schönen Ready-Check. Und dann löten wir ihn normal um. Ja, bevor wir jetzt hier irgendwie groß mit aufpassen und nicht. Dann haben wir da noch einen Trial, wo fast alle Priester umfallen. Dann haben wir keine Carry-Tentakel. Und alles fürchterlich, ja. Das Item-Level aus dem neuen Raid ist schon bekannt. LFR 402, NAC 415, HC 28, mythisch 41. Und die Raid-Items wird man upgraden können, insgesamt 5 Mal. Aber sie droppen mit 1 von 5 schon. Aha. Upgrade-System für Raid-Items. Gut, brauche ich persönlich nicht so. Geht mir schon fast in den Plus immer ein bisschen auf den Sack mit diesem Geupgrader. Aber gut, das liegt daran, dass ich einfach nicht gern viel im Plus laufe für andere. Ist das natürlich eine Offenbarung, auch zum Twings-Nachricht-Fippen. Deswegen werde ich mich damit bestimmt arrangieren können. Aber hätte ich jetzt im Raiden nicht unbedingt gebraucht. Naja, möge das neue Gear-Sammeln beginnen, möchte ich meinen. Jetzt beginnen aber erstmal die Tentakel hier zu wachsen. Jawohl. Oh, zwei Stück, aber der Boss ist schon kaputt. Ach Mensch, da konnten sie gerade loslegen, ne. Und dann sowas. Ei, ei, ei. Also mal Hand aufs Herz. Diese Sonnenuntergänge auf den Dracheninseln sind einfach malerisch. Respekt und Anerkennung für diejenigen, die das möglich gemacht haben. Ist so. Ja, also ihr habt ja heute in meinem neuesten Video, wo ich ja so einen kleinen Rundflug gemacht habe durch die neue Zone, ne. Bisschen was erzählt habe zu der Location, zur Story und so. Da habe ich ja auch gesagt, dass ich möglicherweise in der Höhle nicht nur Tag-Nacht-Wechsel, sondern auch den Himmel vermisse, weil er so schön mittlerweile ist in WoW. Seien es die bauschigen Wolken auf den Ebenen oder abends die Sternen, ne. Natürlich schon sehr nerdy, das zu sagen. Aber häufig merkt man gar nicht, wie schön das die ganze Welt macht, bis es dann eben weg ist, ne. Es sind jetzt nicht Sachen, wo man 24-7 irgendwie anhält, wenn man zu einer Weltquest fliegt und dann sagt, Mensch, der Himmel ist aber schön. Leck mich am Arsch, ist der Himmel geil. Ne, das eher weniger. Ja, aber wenn es dann auf einmal weg ist, ne, bin ich gespannt, wie wir das unter Tage dann in so einer Höhle empfinden werden, gerade auf ein bisschen längere Zeit gerechnet, ne. Mal sehen, mal sehen. Genieße ich auch sehr. Und hat sich ja auch unglaublich verbessert, was man alles so sehen kann, ja. Gerade, wenn ich eben dran denke, an die Sichtweite auch, die sich ja extrem verbessert hat, ja, die mega hochgeschraubt wurde. Von daher, weiter so, würde ich sagen. Gerne wieder, top Ebayer und so. Guti, dann kommt der Kopf ohne Feuer und ohne Melee-Todesschlag. Ist gleich ein bisschen angenehmer, Freunde, oder? Irgendwie geht der Fight gleich ein bisschen leichter von der Hand. Wenn wir nicht binnen zwei Sekunden alle Meleys verlieren. Und der Kopf hat da auch nicht so Bock, richtig zu spawnen, oder? Der hat nur die Tentakel gesehen und ist gleich wieder da oben in diese Röhre reingeflogen. Hat sie gedacht, nee, Alter, wenn ich den Scheiß da unten sehe, ne. Dann bin ich aber sowas von raus hier. Schnauze voll. Wir haben den Hardmode nicht angemacht, das ist richtig. Also was in dieser neuen Höhle sicher gut aussehen könnte, ist die Höhle in Kombination mit dem tintenschwarzen Trank. Oh ja, vom Dunkelmondjahrmarkt, ne. Der die ganz alte Nacht zurückbringt. Die ganz tiefschwarze. Das ist ja auch im Vortex-Gipfel zum Beispiel ein Genuss. Oder allgemein sollte man sich einige Bereiche in WoW mit dem Teil einfach mal angesehen haben. Absolute Hammeroptik, ja, fühle ich. Und das könnte cool sein, ja. Ardenwald, genau, hat auch super ausgesehen. Vortex-Gipfel kommt ja eh wieder, auch in der M Plus-Season, ne. Von daher, wieso denn nicht, sage ich. Wieso denn nicht, so. Oh, Leute, wir gucken mal. Oh, das waren ein paar Tentakel rausbekommen. Ne, machen wir nicht. Machen wir nicht. Gut, den Schaden habe ich nicht kommen sehen. Ich war mit Zudotten beschäftigt. Aber auch böse, ne. Hätte er sich nicht andersrum drehen können. Aber immerhin noch in der Top 5 gelandet hier. Sind also genügend Tentakel geprockt. Das ist ein Grund zur Freude. Ja, und ich wundere, den eigentlichen Loot gibt es wieder nicht vom Boss, sondern in den Kissen hier irgendwo, ne. Bevor ihr euch jetzt ärgert, dass da nur komische Zahnräder droppen, der eigentliche Loot steht hier wieder in einer schönen Kiste hintendran. Jawohl, jawohl, so mögen wir das. Dann sind es nur noch die letzten beiden, ne. Von deren Mechaniken ich auch absolut keine Ahnung habe. Da werden wir gleich mal sehen, ob auch da die Tentakel passen. Bäh, oder eher nicht so. Oh, Leute, mutig, mutig sind sie und überleben auch noch verrückt. Verrückt, verrückt. Akantra, sei. Hatte Hunger, Sucuk-Pizza geholt. Nach 10 Minuten Pizza verschlungen, jetzt bin ich traurig. Ja, ist immer doof, wenn man die so wegatmet, ne. Ist ein geiles Feeling. Wenn es schmeckt, dann muss es auch zügig vernichtet werden. Aber wenn es dann plötzlich leer ist, der Teller, ah, traurig. Traurig. Zum Konservatorium, oder? Und von hier dann weiter, genau. Konservatorium ist, denke ich, der mit bester Anhaltspunkt, den wir nehmen können. Und dann sammeln wir uns wieder dort vorn. Wunderbar. Naja, lief doch bisher auch besser als erwartet, oder? Ich hatte ja so ein bisschen Bauchschmerzen beim Leviathan, weil ich dachte, oh, was kündigt sich hier für ein Scaling an. Aber ich sag mal so, wir haben das Scaling bisher erfolgreich zurückgebummst, ne. Das muss man ja auch mal anerkennen. Das finde ich enorm. Unsere Tanks und Heiler machen hier auch einen fantastischen Job. Insofern, wenn das jetzt so weitergeht, Richtung Wejax und Co., dann glaube ich, wir haben hier eine ganz gute Ulduar-Zeit vor uns. Auch wenn ich nach wie vor gespannt bin, weil wir haben ja gestern auch im NAC vom Gewölbe gemerkt, dass wir relativ krasse Cuts haben, was so die letzten Bosse angeht. Und das ist ja etwas, was Blizzard auch in der Vergangenheit ganz gerne getan hat. Und deswegen kann es zügig sein, dass wir auch hier jetzt eher Fights haben, wie bei Mimiron im harten Mod als davor. Aber lassen wir uns überraschen, wa? Lassen wir uns überraschen. So, schön weg A-Ehen hier die Pimla. Wutz, das war immer so ein Gang. Boah, habe ich nie gesehen, Junge. Habe ich höchstens mal irgendwie einen gedruckten Screenshot im Buffed Magazine gesehen, wenn mein Vater so eine Zeitung in der Arbeitspause einer Tanke gekauft hat. Und ansonsten weiß ich noch ganz genau, da wurde ich das erste Mal in meinem Internetleben so richtig random gerigrolled mit dem Rick Astley Song, weil ich ein Video sehen wollte von einem Joxer Ronkill. Und damals war es ja noch nicht so, dass jeder einen Rechner hatte, der Aufnahmen stemmen konnte oder Geld für ein Programm. Da gab es eigentlich nur Fraps und das hat irgendwie 20 Dollar gekostet. Und jeder hatte drei YouTube-Kanäle, fünf Discord-Server und Co. Diese ganze digitale Infrastruktur, diese ganze Vernetzung, ja. Das war alles nicht so schön. Alles nicht so sauber wie heute, wo du eine Quest irgendwie suchst und bekommst 20 Videos und 50 Guide-Seiten, ja. Und da habe ich dann ein Video gefunden. Joxer Ronkill. Und das war ein Screenshot von Jox, der gerade die Gruppe gewiped hat. Und dazu lief Rick Astley. Und ich war so sad, ne. Weil ich wollte es so gerne sehen. Ich wollte unbedingt diesen Gang und diesen Fight sehen. und das ging nicht, ne. Irgendwo gab es Content dazu. So sad einfach. Naja. Live is Pain. Gleich kommen die Fensterbilder. Ob sie nochmal aufgegriffen werden, wäre cool, ne. Hier, hier schreit es ja nach alten Göttern. Also, sicherlich auch hier haben sie damals noch nicht an das gedacht, was heute kommt. Aber deswegen muss es sie ja nicht daran hindern, das dann auch neu aufzugreifen, ne. Das wäre schon echt cool. Ulduar. Garne mit Hinblick auf mögliche Wächterlines mit Tyr, Odin und Co. Also, warum nicht, ne. Wäre definitiv eine geile Nummer. Da ist er schon, unser Bossboy. Dann wird hier nochmal fett zusammengepult. Jawollo. Oder wird er schön rein eskaliert, sage ich. Ausgezeichnet. Hat Mimiron in Legion einem bei den Tierherrschafts-Artefakten nicht geholfen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob bei dem Artefakt. Auf jeden Fall später, wo man dann Hathi dauerhaft sehen konnte und so, ne. Da hat er die Waffe, glaube ich, immer mal verbessert und einen auf diese Quest dann hingewiesen. Mit so einer, mit so einer Hologramm-Geschichte, die da dann im Hafen von Dazar-Lor und so rumstand. Ganz random. Da erinnere ich mich noch dran, aber war auch bei der generellen Quest. Okay, das ist schon ein bisschen lange her. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Ich habe mich nur noch an die harte Geschichte an sich erinnert. Aber siehe da, die Waffe hieß ja auch die Tarnenfunke, glaube ich, ne. Da ist es ja fast Pflicht, dass der Eumel da auftaucht und seine Finger im Spiel hat. Hör mal. Hier kommen lustige Geister. Ist das ein Vorgeschmack auf die Mechanik vom Boss gleich? Oh, ich werde übernommen. Oh Gott, bitte übernehmt alle, aber nicht unsere Shadows, hör mal. Das ist aber gar nicht cool. Die Tentakel, sie werden uns verraten, Leute. Ab jetzt werden nur noch die Bosse gecarried. Das sind ganz, ganz schlimme Zeiten. Dankeschön, alternativ. Hättet ihr, glaube ich, auch das Ad töten können. Naja. Bei dem Boss war irgendwas mit keinem Mana-Rack oder so. Genau, der hatte so eine Aura, ne. Die Mana-Rack, glaube ich, unterbindet. Und man konnte, glaube ich, Ad töten und diese haben diese Aura kurz aufgehoben oder so. Irgend so ein Bums, ja. Müssen wir gleich mal schauen. Frage ist, ob wir das überhaupt brauchen. Je nachdem, wie wir jetzt mit Schaden überzeugen können, ja. Brauchen wir das möglicherweise nicht. Ansonsten, wenn wir merken, okay, die Heiler, die hätten gern ein bisschen Mana, dann werden wir uns in einer längeren Kampfdauer doch mal mit den S beschäftigen müssen, ne. Da führt dann wohl kein Weg dran vorbei. Bin gespannt, bin gespannt. Joa, alle da, oder? Ne, wait. Unser einer Krieger doch war nur nicht im Reichweitenindikator drin. Dann machen wir vorm Pull noch einen Ready-Check. Dann läuft. Seppo sagt, und auch Stahlfote Saronit-Dämpfe recken Mana. Das sind so grüne Sphären. Die umhauen, da reinstellen, dann Mana tanken. Okay, die Ads sind also so grüne Sphären. Liebe Freunde vom Mana-Haushalt, die sollte man dann im Auge behalten, ne. Ja, bin gespannt, bin gespannt. Dann geht das los. Mögen viele Tentakel procken, Leute. So, erstmal alles anwerfen hier. Zack, zerrab. Und dann geht das auch schon los mit dem ersten Gedankenschinden. Ich habe keine Erinnerung an diesen Boss. Ich weiß noch, dass wir hier mal drin waren. Zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht alles One-Hit war zum Temok-Farmer. Der hat ja uns gebumst. Ich weiß nicht mehr, wie. Das war nicht mal Zeitwanderung oder so. Das war einfach so ein früherer Versuch, Temok zu farmen und sich Ulduar anzusehen. Und da hat er uns gebumst. Und wenn ich mir sein Leben gerade angucke und wie unsere ganze Gruppe stirbt, dann ahne ich Schlimmes, was ich vorhin gesagt habe. Nämlich mit Hinblick auf das Scaling der letzten Bosse und so, ne. Eieiei, allerdings hatte ich selber auch noch keinen einzigen Proc vom Tentakel. Das ist jetzt der allererste hier. Und auch Seppo sehe ich überhaupt nicht im Schadensmeter. Also irgendwas ist hier doch faul bei dem Bruder, oder? Irgendwas ist faul. Da hinten haben wir so eine grüne Pfütze. Da steht auch jemand drin. Dann gibt es Male, die machen so eine Schadensnova um einen rum. Da sollte man aus der Gruppe raus. Nehme ich an. Jawohl. Und wir haben auch schwarze Pfützen. Okay, es soll auch schwarze Pfützen geben. Die erhöhen dann unseren verursachten Schaden. Ich glaube, das ist das, was uns gerade ein bisschen fehlt hier, habe ich so ein Gefühl irgendwie. So ganz merkwürdig. Aber er ist trotzdem auf der Hälfte, ne. Also auch ohne schwarze Pfützen zumindest schon mal die Hälfte geschafft. Aber die Tentakel procken gerade sehr, sehr räudig. Kam jetzt ein Live-Hotfix oder so, Blizzard? Das ist aber auch nicht nett, ne. Ja, das finde ich sehr, sehr unsympathisch. Was soll denn sowas? Immer noch kein Tentakel, Leute. Es sind schlimme Zeiten für Schattenpriester angebrochen. Aber Seppo konnte wieder aufholen. Das ist gut. Wenn es bei mir kacke läuft, läuft es bei den Kollegen. An der Tentakelfront. Das ist sehr, sehr gut. Da ist auch wieder eins. Ja, vielleicht kriegen wir den trotzdem noch runtergezogen. Aber dunkle Wolken habe ich bisher gar nicht gesehen, leider. Vielleicht snacken die Mili's hier vorne auch weg. Die Mili's sind schuld. So, dann können wir jetzt nochmal hier... Oh, was ist das jetzt? Oh, oh. Oh, oh. Entzieht nahen Verbündeten Gesundheit. Oh, und heilt ihn. Ah, okay. Darum unbedingt weg damit von Verbündeten. I see. Da, wo die Geschosse aufschlagen... Ah, das hier? Das hier? Ah. Okay, Lulia. Ich habe nach so ganz anderen Pfützen geschaut. Hier, diese blubbernden. Ah, okay. Ja, danke für den Hinweis. Das hätte ich in der Tat komplett verpeilt. Gut zu wissen, Leute. Also hier, diese Blubbelfützen, das sind die, die gemeint waren. Vielen Dank. Und er ist down. Aber schön war das nicht, ne? Also das war aber... Huh, wenn ich mir die Gruppe ansehe... Aua. Das machen wir nächstes Mal schöner. Mist, Boss. Ist so. Vielleicht droppt er was Schönes, nämlich Gold. Ich freue mich. Gut, dann haben wir noch Joggi. Wir haben noch Joggi. Wir müssen aufpassen, dass wir die Ads jetzt am Anfang in der Nähe von der Tante töten, die in der Mitte des Raumes steht. Bitte nicht zu weit in den Raum laufen. Ja, ganz, ganz wichtig. Sonst pullt ihr schon und startet den Fight. Ansonsten sehen wir, die Wächter stehen hier feinstens im Kreis drumherum. Ja, und die verstärken uns immer mal wieder. Freya zum Beispiel, die zaubert, glaube ich, so grün leuchtende Säulen an die Seiten des Raumes. Und wenn wir uns da reinstellen, dann stellen die unsere geistige Gesundheit wieder her und so. Ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Herz von Azeroth, wenn wir an den Zotti-Fight denken. Und da sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ansonsten haben wir im nächsten Kampfverlauf dann die Phase mit den Portalen. Ist auch so ähnlich wie bei Zotti. Einige bleiben dann oben, kümmern sich weiter um die Portale. Und andere gehen dann durch diese Portale, ja, und zerschlagen da diese Vision und dann das Gehören von Jogsferon. Mit dem Kümmern um die Portale oben meine ich, dass ihr die quasi deft, wenn man so will, indem ihr weiterhin Tentakel tötet. Na ja, und auf eure geistige Gesundheit achtet. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass unsere Priestergruppe mit runter geht durch die Portale. Und ansonsten, tja, wollen wir da einfach so ähnlich splitten wie bei Thorim? Melee's und Heiler mit runter und der Rest carriert das oben oder macht es Sinn, das Ganze irgendwie anders groß einzuteilen? Ich glaube fast nicht, ne? Ich glaube, die Priester, wenn die Tentakel kommen, die können unten glücklicherweise carryen mit dem Scaling. Dann noch ein paar Melee's mit runter. Heiler wie vorhin, drei runter, drei hoch, oder? Und dann sind wir da, glaube ich, safe. Ich denke, das größte Problem wird es sein, zu gucken, dass wir mit der geistigen Gesundheit klarkommen. Weil da habe ich selber auch so gar kein Gefühl im Moment. Das werden wir uns jetzt ansehen müssen. Darum schön auf die Verstärkungen der Wächter achten, ja, wenn sich irgendwas im Raum verändert. Und wie gesagt, die Ads jetzt in Phase 1, die müssen bei Sarah sterben. Die müssen wir quasi durch die Ad-Tode in ihrer Nähe auf 0% bringen und dann sollte das laufen. Unten muss das Hirn ja schnell sterben, umso weniger Phasen haben wir, ne? Also wenn wir da einfach gut draufholzen, dann sollte das gehen. Jo, Leute, dann behalten wir das erstmal so im Hinterkopf. Würde sagen, gucken wir uns an und müssen ja auch erstmal schauen, ob wir jetzt easy diese Phasen so durchgeboxt kriegen, ja? Oder ob wir da jetzt massiv verenden werden. Weil hier gab es, glaube ich, auch so ähnliche Mechaniken wie Paranoia und Co., oder? Bin gespannt, bin gespannt. 1, 2, 3 runter, okay. Gruppe 1, 2, 3 gehen dann in die Portale rein. So behalten wir das im Hinterkopf. Gut, alle sind bereit. Dann Pult-Timer. Und ab dafür. Jogi, mein Lieber, ich liebe das hier mit diesen Ketten. So eine geile Optik, Jünger. Was für ein Raum. Geht los, ja denn. Einmal rein in den Spaß. Und ein bisschen gucken, dass wir uns hier um Sarah rum positionieren. Da sind schon diese grünen Säulen, die ich meinte. Ja, die sind, meine ich, gut für uns. Brauchen wir jetzt aber noch nicht. Werden, denke ich, dann erst im Fight mit Jogi selber, wenn er sich offenbart, interessant werden. Können wir hier jetzt schon mal... Oh, die sterben aber schnell, Junge. Wenn Jogi auch so in die Fresse bekommt, Sarah ist ja auch schon fast tot, was? Junge. Scaling hat aber auch wieder anders Bock, ne? Ach, du Scheiße. Jogi selber ist übrigens meines Wissens nach nicht angreifbar. Heißt also, ihr könnt euch voll auf die Tentakel konzentrieren, ja. Weil Mr. Saron, der wird von einem Schild beschützt. Wir können also nur seine Tentakel bambuseln. Und viel mehr ist da nicht möglich. Da ist er schon. Jawollo, so. Wir haben immer so ein dickes Tentakel. Da muss, glaube ich, auch ein Tank ran, ne? Sonst schlägt das Wild um sich. Wir haben die Kleineren, die müssen wir ein bisschen unterbrechen. Und da sind schon die Portale. Ja, denn gehen wir mal runter. Und sind Inner Zitadelle drinnen. Da drüben wird schon heftig zerbumst. Da auch, Junge, wie schnell fallen die denn um hier? What the fuck? Da kriege ich ja gar keine Dots drauf. Junge, kann ich gleich umdrehen und zum Gehören gehen? Was zum Teufel, Mann. Okay, here we go. Butts gucken, dass wir hier jetzt ein paar Tentakel rausbekommen. Das wäre natürlich big. So, Tentakel, please. Jawohl, die Ersten sind da. Das ist super. Oh, das Hörn hält aber aus, ne? Das hält aus. Da kommt auch der Kampfrausch. Sehr, sehr gut. So, mehr Tentakel brauchen wir. Kommt schon. Ja, das Zweite ist da. Geil. Mehr Procs mehr Tentakel, Leute. 17 Sekunden noch. Come on. Sehr, sehr geil. Okay. Was ist jetzt los? Wo kommen wir raus? An den Seitenportalen. Oh Gott. Schnell raus hier. Und jetzt ist Joggi selber angreifbar, ne? Jetzt können wir auf ihn. Jetzt können wir auf ihn. Okay. So. Mal noch eine Vampirumarmung mit rein. Und dann geht's hier weiter. Oh, Doppelproc. Junge, Tentakel und Diener von Joggi. Jetzt nur aufpassen, dass wir nicht alle übernommen werden. War das umdrehen? Ah ja. Wenn er das macht, einfach wegdrehen, wie es scheint. Daran meine ich mich auch noch zu erinnern. Aber ich glaube, wir haben ihn. Hey, Junge. Das war wilder als erwartet. Fragment einer Titanenzelle. Aha. Das ist ja spannend. Ey, da waren die Tentakel aber auch wieder real, ne? Sehr, sehr cool. Wir gucken noch zu Algalon. Auf jeden Fall. Boah, Robe. Yo. Cool. Wir gucken auf jeden Fall noch zu Algalon, Leute. Definitiv. Und das war Mr. Jogsaron, ne? Man kennt ihn oder man kannte ihn. So, hi. Gut. Dann müsste hier ein Teleporter sein. Und den können wir auch benutzen, oder? Am besten wieder zur Vorkammer. Die Vorhaut von Ulduar. Und dann können wir schauen, ob jetzt die Tür aufgeht oder nicht. Ob wir dafür alle Hardmodes hätten machen müssen oder nicht. Ich weiß es auch nicht, Leute. Ich weiß es auch nicht, aber... Mir fehlen original nur diese Handschuhe. Wow. Für das Ulduar-Set. Ulduar-T-Mog-Farm ist ja auch so ranzig, oder? Alter. So, so ranzig. Seit Zeitwanderungen aktiv ist. Weil ja, wenn du in Ulduar reingehst zum Solo-Farm, einfach aus beiden Modi alles durcheinander droppen. Na, das heißt, du musst nicht nur Glück haben, dass ein passendes T-Teil für deine Klasse droppt, sondern es muss dann auch noch das passende 10er oder 25er Teil sein. Ist echt noch zu? Ach, gucke. Ist echt noch zu. Hm. Merkwürdig. Haben sie ihn dann wirklich rausgenommen, oder hätten wir alle Hardmodes machen müssen? Das weiß ich nicht. Na gut. Vielleicht mit Brandlabern könnte er auch sein. Wir könnten noch ein bisschen was probieren, aber... Ich hab leider keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Agalon droppt auch bis heute interessante Sätze. Definitiv. Also diese ganze Konstellate-Beobachterschiene, ne? Sowieso. Wildes Ding. Wildes Ding. Mit Brand reden. Ja, Bronzebart anquatschen. Okay, wir wuseln rüber. Wir wuseln rüber. Wir haben noch ein paar Ideen, Freunde. Noch ist nicht ganz vorbei. Wir gucken mal. Musste man nicht erst die Konsole im Raum der drei Bosse aktivieren? Oh, stimmt. Brand ist da auch hintergerannt noch so ein Stück, ne? Als die kaputt waren. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Ach, Ulduar ist schon cool, Mann. Das ist wirklich auch... Ich meine, bei mir natürlich auch durch Nostalgie und so mega verzerrt, ne? Aber ist einfach so ein geiler Raid. So eine riesen Titanstadt, wo man einfach eindringt. Ja, mega. Weiß ich noch, dieser Trailer mit den alten Ingame-Modellen von Ronan und Thrall und Garrosh und wer da nicht alles war. Varian, glaube ich, auch, ne? Und dann Brand, wie er hier wegrannte aus Ulduar und dann die Nachricht überbringt er im Raum. Big. Ja, da ist eine Konsole. Da ist eine Konsole. Aber, Brand selber scheint nix weiter zu tun. RP-Event läuft noch, wird geschrieben. Aha. Brand Bronze, but... Ah ja, guck mal. Der Auslöser des Selbstzerstörungsmechanismus trägt den Codenamen Großer Roter Knopf von Mimiron selbst erschaffen. Um Mimiron Siegel zu erlangen, muss die Selbstzerstörungssequenz gestartet und Mimiron besiegt werden, bevor die Zeit abläuft. Ja, klingt so, als hätten wir den Hard-Mode starten müssen, oder? Hm, haben jetzt ja einige geschrieben. Beginne mit Status-Analyse. Ja, da geht das jetzt durch, ne? Ob wir alle, alle richtig umgenatzt haben. Und dann wird er vermutlich feststellen, ne, habt ihr nicht, ihr Pimmler, ne? Ihr dürft nicht. Ihr dürft nicht. Es ist verboten. Dö, dö, dö. Früher musste man beim Rat HC das Quest-Item looten. Dann eine Quest machen mit allen Hard-Modes. Dann bekam man den Schlüssel. Oh, diese Schlüsselgeschichten früher, ne? Essen, siehste. Ja, dann wusste ich alles gar nicht mehr. Aber ihr wisst Bescheid, Freunde. Das ist gut, das ist gut. Ich glaube, man muss die Quest mit Brand an der Konsole machen, aber dafür hättet ihr erst mit ihm reden müssen. Das kann auch sein, ja, dass wir generell ein bisschen reingeschissen haben. Ist gar kein Siegel da, obwohl wir drei Hard-Modes gemacht haben. Ja, gut, gerade scannt er noch, ne? Vielleicht spuckt er jetzt ja noch eine heiße Info aus. Jetzt ist er ja gerade hier bei Hodie, sogar mit so einer schicken Animation, ja? Wild. Willst du einfach nur den Boss machen? Erstmal halbe Stunde RP-Event, ja? Brand zieht erstmal Loretalk durch. Oh Mann, die Armen, die Armen. Aber ich freue mich, dass es so gut geklappt hat, ja? Ich selber hatte sehr, sehr viel Spaß. Vielleicht habt ihr es mitbekommen mit dem Priester-Scaling, also hoffe, das bleibt noch eine Weile so. Das ist echt funny. Und auch so sind wir, glaube ich, solide durchgebrettert, paar Erfolge nebenbei mitgemacht, ne? Schön, paar Items gegönnert. Ehre, Ehre. Da ist jetzt Freya mit diesen Bäumchen, genau. Mit den Dienern. Aber das ist ja echt krass, dass das hier so durchläuft. Das habe ich, glaube ich, in dieser Vollständigkeit auch noch nicht gesehen. Uff. Bei Google finde ich auch keine klare Aussage. Wow, hat ihn gelistet. WoW-Subreddit sagt, er ist nicht in Timewalking dabei. Na, das wäre auch immer schöner, Junge. Wenn sogar das Internet sagt, wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Tja. Leute, dann ist dem wohl so. Er schien aber mal drin gewesen zu sein. Ich meine, auch auf der Karte haben wir, wie da alle vorstehen, geil. Wieder alle warten, oh nein. Wir haben hier ja nicht mal das Boss-Symbol, ne? Ansonsten bei allen sind hier diese Markierungen, aber bei Algalon nicht. Na gut, den gab es mal, bin ich mir zu 100% sicher. Das glaube ich dir, das haben auch mehrere erzählt, aber... Gut, dann leider nicht bei uns mit drin, Freunde. Dann ist das so. Dann danke ich euch trotzdem für einen wunderbaren Run. Für einen sehr witzigen Run, für eure Geduld. Gerade im ersten Teil. Und hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Und im Idealfall noch ein paar Items bekommen, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da auch so durchfegen, ne? Ich meine, mit den Hard-Modes hätten wir hier und da tatsächlich ein bisschen beißen müssen, ne? Da haben wir von Anfang an gesagt, haben wir keinen Bock drauf. Vielleicht ein andermal. Aber davon ab... Geil. Jetzt Jaina nur mit Priestern. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Jaina-Runs, ja? Aber nur mit Priestern. Ey, Mann. Und wir haben das Quest-Item direkt von Jok bekommen, stimmt. Und mussten nicht erst ein GM anschreiben, wie letztes Mal. Fynn, das ist ein Bugwin. Das ist wahr. Illidan wollte das nicht rausrücken, ne? Der Reudige. Es muss genau dieselbe Anzahl gebratener Zwerge sein, wie letztes Mal. Medium natürlich. Gut durch wäre völliger Wahnsinn. No way, dass sie hier den Erfolg mimen. Ey, was? Das habe ich noch nie gelesen. Ey, Blizzard, ihr Reudigen, ne? Die Reudigen-Schweine, die drücken uns schön einrein hier. Alter. Also das ist beunruhigend. Die Titanschlösser, die Jok Saron festhalten, scheinen gealtert, aber nicht auf natürliche Weise. Die hier sollten mindestens für weitere 40.000 Jahre halten. Aber die einzigen mit der nötigen Macht für so eine Manipulation sind tot. Oder nicht? Vielleicht? Nein, das ergibt absolut keinen Sinn. Jo, spucke aus, die Infos. Sag mal, Big Lore hier bei dieser Quest. Nur darum haben wir das übrigens gemacht, ist ja klar. Ja, und dann kann ich jetzt noch meine Quest abgeben in Valdracken. Und dann, dann, dann machen wir noch 1, 2, 3 Runden Jaina. Vielleicht können die ja einen Maun. Wenn Jogi schon nicht, dann wenigstens Jaina. Das wäre doch was Feines für mal. Du hast es ja auch noch nie abgeschlossen. Ach, darum habe ich es noch nie gelesen. Ja, darum habe ich es noch nie gelesen. So, Valdracken. Hier wollen wir hin. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wir haben doch außer Mimiron und ersten Boss jeden Hartmord gespielt. Ja, weil wir einfach harte Typen sind, Mysterioso. Nur die Harten kommen in Ulduar Garten. Das ist ja völlig klar. Was möchte ich denn gerne aus der Kiste haben? Ein Schmuck wäre lässig. Ein Hals wäre auch schön. Aber es wird bestimmt eine Waffe sein, wo ich doch extra diesen tollen Dolch hier bekommen habe. Och nö. Keine Waffe. Gib mir einen schönen Schmuck. Eine Offhand wäre auch big. Absolut. Mal gucken. Mal gucken. Und ich bekomme... Äh, das ist von Rasa sogar, oder? Jo, Rasa Trinket. Big. Upgrade. Das wird aber 3,98, Bruder. Here we fucking go. Das Wirken von Zaubern gewährt Stapel von Hass. Da sehe ich mich, wenn ich Caster spiele. Durch die die Abklingzeit dieses Schmuckstückes bis zum Ende des Kampfes um eine Sekunde verringert wird, bis zu 180 Mal stapelbar. Normale Stapelanzahl würde ich sagen. Benutzen. Entfesselt gefährliche Blitze und fügt eurem Ziel 115.000 Naturschaden und euch 615 Naturschaden zu. Der euch selbst zugefügte Schaden wird durch Stapel von Hass erhöht. Oh. Damit kann ich mich selber aus dem Leben drücken, oder? Hahaha. Das ist genau mein Trinket, Mann. Sehr cool. Ey, auf 373 jetzt der Priester, ne? Heilige Scheiße. Gut, dann gehe ich mit dem auch gleich zu Jaina weiter. Warte, warte, hätte ich gesagt, aber ich musste meinen Ruhestein noch umbeinden, weil... Der ist noch in Sündensturz. Und da liegt er nicht so gut, finde ich. Da liegt er nicht so gut. Üä, hoppala. Darum hüpfen wir gleich nochmal rein. Super, passt zu deiner schlechten Laune immer. Ja, man kennt ihn, ne? Was soll ich machen? Da kann ich ihn nicht aus meiner Haut, Bobby. Du weißt, der Hass, er muss regieren. Wunderbar. Ja, Stapel von Hass aufbauen, einfach durch Twitter scrollen. Da ist man auch auf 180, ne? Das stimmt schon. Also, das ergänzt sich wunderbar mit diesem Trinket. Ey, Mann. Gepaart mit Schattenwort tot. Falls das Trinket nicht reicht, ne? Dann schön die Heiler weiter ärgern, ganz genau. Hahaha. Sehr gut. Wer nicht stirbt, der macht es nicht richtig. Das war auch immer mein Motto beim Sport, ja? Großartige Zeiten, Leute. Gut, Jaina wollen wir noch ein bisschen zum Abschluss hier heute besuchen. Wie auch filetieren. Und könnten dann von mir aus gerne am Dienstag nochmal überlegen, ob wir noch eine zweite Runde in Ulduar drehen. Jetzt wissen wir ja, dass der Anfang Big Pain ist. Aber danach war es eigentlich sehr lässig, ja? Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Shadow Twink dabei und will das mal ausprobieren. Hahaha. Da würde ich dann auf jeden Fall nicht Nein sagen. Könnten wir ja überlegen, ne? Ist das auch im Mage Tower so mit der Skalierung? Also Mage Tower hat leider eine große Vielzahl von Mechaniken, bei denen dir das Tentakel nicht immer hilft. Es macht schon böse Schaden, aber es carriert dir nicht den ganzen Run, ja? Tatsächlich hat die gute GV auf Twitter gesehen, wo ich das erste Mal nicht geteilt habe mit dieser Info zu diesem Talent und dem Tentakel. Und hat dann einen befreundeten Spieler reingeschickt. Der soll das mal probieren. Und siehe da, halbe Stunde später hat er das Magier-Turm-Set gehabt. Aber er schrieb eben auch, ja, Tentakel ist super, aber musste schon ein bisschen mehr bringen, ne? Plus es progt ja total random, hat man ja eben gesehen. Mal gar keins, mal drei. Deswegen, wer vielleicht bei Mage Tower nur so ein bisschen haperte mit dem Shadow, da kann das genau der Bonus sein, der jetzt fehlt, um durchzuziehen. Ja, wenn man sich aber nur drauf verlässt, hat man, glaube ich, keine geile Zeit. So, organisiert, benutzerdefiniert, Gruppelol, L-O-H-L, serverübergreifend für die Horde. Jawohl, und dann gucken wir bei Lady Jaina mal vorbei. Hm, 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 IDs sehen ja soweit frisch aus, dann können wir ein Grüppchen bauen. Sehr schön, wie immer bitte dran denken, Jaina einfach nicht unterbrechen. Dann haben wir einen ganz gechillten Run. Das mögen wir sehr gerne hier in diesen Kreisen, ansonsten wird es immer ein bisschen stressig und die Wipe-Chance ist ordentlich erhöht. Das gilt es zu vermeiden. Ansonsten, ja, porten, sammeln, beim X bleiben und wegrasieren, die olle Zippel. Sehr gut, hier wird geportet. Fleißig, fleißig. T-Rex mit dem 21. Vielen lieben Dank. Wenn du am Anfang Brand anquatscht, brauchst du die Türme nicht machen. Tatsächlich nicht. Oh, dann kann man die sich quasi auch direkt sparen. Okay, dann können wir einfach so direkt durchziehen beim nächsten Mal. Ja gut, der Anfang war ein bisschen Chaos. Viele kannten das gar nicht. Ich selber hatte nur verschwommene Erinnerungen. Dann haben sie die Fahrzeuge noch gesplittet. Der Bums mit den Terpfützen. Also dafür, dass da alles gegen uns gearbeitet hat, war es ja doch noch ganz rauchbar. Und beim nächsten Mal wissen wir dann Bescheid. Sehr, sehr schön. Dankeschön an alle, die da fleißig mit Tipps versorgt haben. Ja, auf den verschiedensten Wegen. Mage-Tower hat mich das Tentakel ordentlich gecarried. Ja, cool. Cool, cool. Was ist denn der Mage-Tower-Boss vom Priester überhaupt? Ist das hier im Auge der Ewigkeit mit dem Magier-Dude? Oder was hast du da? Vielleicht soll ich das auch mal probieren, ne? Jetzt, wo ich geiles Ulduar-Gier habe, Leute. Und den Raser-Gäß-Schmuck, um mich selber aus dem Leben zu drücken. Zwillinge. Oh, okay. Das war dann auch mit Kiten und so, ne? Mhm, mhm. Na gut, wenn du Gedankenschinden priorisierst, das lautet ja dann auch ein bisschen. Aber das ist doof für mich, weil Zwillinge habe ich nie gemacht. Einmal mit dem Dot-Lock, glaube ich, probiert. Aber... Nee, bei denen habe ich gar keine Erfahrung. Ansonsten habe ich hier und da ja auch mal eine Wichtel-Mutter. Und hier die Vrykul-Heinis in Hallen der Tapferkeit und so. Die habe ich mir auch alle angesehen. Xylem war das im Auge der Ewigkeit, ne? Und cool natürlich bei den Tanks. Aber sowohl Rabenwehr mit den Heilern als auch Zwillinge, da habe ich leider gar keine Erfahrung. Deswegen glaube ich so sehr, kann mich nicht mal das Centacal-Carry. Aber wie gesagt, wer da so ein bisschen sich jetzt mal trauen wollte. Wer da generell Erfahrung hat oder wirklich nur bei den letzten Tries so ein kleines Problem hatte, ja? Dem kann das auf jeden Fall echt weiterhelfen. Wenn ihr aber so ein Guffelpriester seid wie ich, dann ist auch das zu wenig. Dann macht euch lieber keine Illusionen, Freunde. Dann werdet ihr genau wie ich zerrissen und dann werdet ihr qualvoll verbluten. Freust du dich schon auf das Finale heute Abend? Ja, mega. Weil ich glaube, dass einige sehr heftige Offenbarungen bevorstehen. Der Cut beim letzten Mal hat ja sehr, sehr wehgetan, ne? Weil das Chapter sogar Wahrheit oder Offenbarung oder so hieß. Also bin ich mal gespannt. Zum einen, wer am Ende da noch lebt bei mir. Und zum anderen, ob wir mit den Vermutungen und Theorien bisher richtig lagen, ja? So, Vorsicht, Vorsicht. Das sieht gut aus. Und dann schön hier an der Seite lang. Wir haben uns aber mittlerweile auch mit der neuen Position von Jaina arrangiert, ne? Das ist ja auch seit dem letzten Patch. Oder wann war das so, dass sie auf einmal ganz so anders stand hier? Jetzt aber ist das für uns die neue alte Position, ne? Lassen wir uns gar nicht mehr groß stören. Und folgen immer diesen Schneeflöckchen. Guck mal, unsere Gruppe, die weiß hier ganz genauestens... Bäh, Bescheid. Und dann, dann, dann sind wir auch schon angekommen. Geil. Beim Priester ärgert es mich aber, dass ich Gedankenexplosion nicht mehr geistlos und wild rumspammen kann. Muss ich ehrlich sagen. Das fand ich immer sehr angenehm beim Priester. Einfach hier zu stehen und nur Gedankenexplosion zu bamzen. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Das ist sehr schade. Darum weine ich auch jede Nacht. Aber Blizzard ist das egal, okay? Denen ist das egal, Mann. Shadow ist aber nun um gefühlt 200% einfacher seit dem neuen Talentbaum. Ja, nur weiß ich nicht, ob das der Beste ist, um diese Challenge als solches generell mal kennenzulernen, ne? Mal gucken. Vielleicht probiere ich es ja einfach mal, um mich hinterher nicht zu ärgern. Ja, wenn dann diese Tentakelsache gefixt wurde und ich dann sage, Mann, hätte ich es mal probiert. Vielleicht wenigstens mal tryen, ja? Schön Guide reinziehen und dann wenigstens mal versuchen. Aber du, Caster und ich, ne? Ah, das hat schon seine Gründe, warum ich die eigentlich sehr ungern anfasse. Welches Finale? Until Dawn ist aktuell in den Abendstreams dran. Da ist heute höchstwahrscheinlich das Finale und dann gibt es ab Mittwoch schön Ratchet & Clank Action. Uh, da bin ich mal gespannt drauf. Mega nice. Ausrufezeichen, Streamplan. Ansonsten, Freunde, wenn ihr Fragen habt zum generellen Flow, den Games und Zeiten, da ist immer alles so aktuell, wie es geht, für euch zusammengefasst. Und da könnt ihr auch gerne nochmal eventuelle Fragezeichen beseitigen. Wenn er denn wollt. Wenn nicht, dann nicht. Heute nur Horde Jaina Runs. Wir können, glaube ich, auch einen bei der Ali reinschmettern. Wir hatten ja noch keinen, oder? Ich glaube, wir hatten noch keinen. Und es gibt einen Säbel. Es gibt einen Gürtel. Es gibt Schuhe. Es gibt einen Ring. Und? Irgendwer hat noch nicht gelootet. Oh, die Truhe ist noch da. Oder hat irgendwer einfach was nicht rausgenommen? War so ein mülliger Loot, wurde einfach nicht mal rausgenommen. Auch nicht schlecht. Ist okay, Freunde. Manchmal, wenn der Loot wehtut, dann muss der Loot in der Kiste bleiben. Ja, machen wir jetzt noch einen Run Horde und einen Allianz, würde ich sagen, oder? Das klingt doch eigentlich machbar. Ja, und vielleicht gibt es dann ja sogar eine Überraschung. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, wer hatte noch eine Jaina-ID frei? Ich glaube, so viele Runs hatten wir gar nicht, oder? Ich war nur mit einem Monk bisher. The fuck? Was haben wir die ganze Woche getrieben? Ja, Natria ist immer ein bisschen länger gegangen, ne? Und Natria ist ein bisschen länger gegangen, ja. Und außerdem Natria. Wer war gefühlt auch gar nicht? Hier mal ein bisschen Zotti, da mal ein bisschen Jaina, ne? Und das, was am schnellsten von allem ging, war einfach Zeitwanderung Ulduar. Also das kannst du auch wieder gar keinem erzählen, oder? Wenn du das jetzt deinen Freunden in Classic erzählst, sie schlagen dich direkt kaputt. Kannst du wissen. Die ziehen direkt einmal Get-On, bam, und dann einmal Kopf kürzer gemacht. Steckst du nicht drin, wa? Natria ist schuld, ja, ja. Denatrius wieder, weißt du. Der olle Eumel. Wobei weniger Denatrius als vielmehr seine komische Steinlegion. Die haben ja auch manchmal richtig Bock, mit 10 Sekunden Infall, die halbe Gruppe aus dem Leben zu schallern. Äh, unangenehm. Aber auch die haben wir mittlerweile gut im Griff. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell mittwochs ja immer, ne? Dreimal hintereinander Natria clear bekommen. Da hätte ich echt gedacht, brauchen wir noch eine Weile. Aber das hat ja wunderbar funktioniert. Oh, wer ist das? Ist das ein neuer Spieler? Kalvor? Naja, 5000 Punkte ist jetzt nicht unbedingt neuer Spieler, oder? Der hat schon ein bisschen Erfahrung hier. Ja, guck mal, der hat sogar schon PvP gemacht, die alte Legende. Der ist sogar Dungeonheld von Dragonflight. Na gut, dann müssen wir ihm da nicht unter die Arme greifen. Aber manchmal riecht man das, ne? Wenn man Leute so sieht, wie die sich bewegen, wie die, wie die, weiß ich nicht, rumspringen in der Welt und verwirrt irgendwo rumstehen. Und dann natürlich auch ihr Gier. Dann check ich immer, ist das ein neuer Spieler? Und wenn es dann einer ist, dann gibt es erst mal ein bisschen Gold und ob er Hilfe braucht und mal einen Mount rüberhandeln oder so irgendein Kohlefaust-Kronling oder so ein Bums, ne? Der jeder von uns eigentlich tonnenweise auf der Bank rumschimmeln hat. Aber da freuen die sich, natürlich. Da freut man sich doch. Einfach mal willkommen heißen hier die neuen Pimmler. Okay. Organisiert, benutzerdefiniert. Gruppe LOL, LOHL, nächste Runde für die Horde. Und dann gucken wir, dass es da richtig hinhaut. Jawohl, gucke, da sind sie schon. Unsere Freunde in den verschiedensten Rüstungen. Da wird auch direkt geportet. Da mache ich auch gleich mal mit hier. Guck mal an. Die Portfreunde Stiller, die haben sich heute wieder versammelt für ein Dazar-Skip-Run. Äh, zwei Plätze noch. Dann müsste das passen. Und das auch mit unserem wunderbaren Draktür. Jawohl. Gucke da, da porten sie. Wir hatten eben irgendwie 700 Hexer in der Gruppe. Jetzt nicht einen. Es ist wieder super verteilt von uns, Leute. Aber auch draußen am Stein sind unsere portenden Kollegen jugendlich und frisch und ziehen das einfach durch, als gäbe es kein Morgen. Das freut mich sehr. Dann kann ich Frau Pracht mir schon mal so ein bisschen vorbereiten hier. Ehre. Bin auf den Moment gespannt, wenn Kraft wirklich mal das Mount in der Kiste hat. Wird vermutlich eine wilde Mischung aus unglaublicher Eskalation und kindlicher Freude. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Es wird vermutlich anders sein. Ja. Moin, wie lief es gestern noch in NHC? Wir haben bis Raser-Gest tatsächlich alles totbekommen. Ja, also eine ordentliche Verbesserung zum letzten Mal. Raser-Gest war dann in vielen Bereichen ein bisschen zu viel. Auch in Anbetracht des Einspielbedarfs. Ja, und eben der verbliebenen Zeit. Deswegen haben wir das nicht allzu ernst genommen. und geguckt, dass wir noch so ein paar Erfahrungen sammeln, ein paar Tipps geben können. Und sind dann bis in die dritte Phase noch gekommen. Ja, das war okay. Aber sonst, hier waren wir auch beim letzten Mal sechs Bosse für die Kiste. Diesmal waren es sogar sieben. Darum, ja, waren wir ganz zufrieden, ja. Mittwoch Natria, Freitag Zotti-Skipp und Natria, Samstag NAC und Jaina. Ah, wegen dem Anruf, ja. Und heute Timewalk und Jaina. Siehst du, Mavrid hat das direkt notiert hier. In seinem Gehörn mit Doppel-Ü. Und hat er es direkt mal wiedergegeben, siehst du. So kommt das zusammen. Dankeschön. Ja, wenn du das Mount mal in der Kiste hast, wird Freude gefolgt von Trauer, weil du dann aufgewacht bist. Boah, Voidie. Das ist aber der andere Tiefschlag jetzt gewesen, ne. Der gönnt mir gar nicht, der Mann. Ich sag's euch. 5, 4, 3, 2, 1. Und der Trutan-Todesritter, der setzt hier zum Pull an und zieht vor allem mal seinen Kick noch aus der Leiste. Sonst bin ich hier gleich das, was ich immer bekämpfen wollte. D-d-d-d. Welcher Try ist das jetzt? Irgendwie 600? Na, geht infight nicht. Ich glaube, 630 sind wir langsam dran. Insofern predikten wir natürlich alle, dass es 666 sein wird, weil das wäre komplett legendär. Aber, tja, die Hoffnung stirbt mit jedem Run ein bisschen mehr. Weil es ja jetzt auch seit echt langer Zeit generell wieder nicht gedroppt ist, so. Für gar keinen. Das ist ja immer ein großes Problem, ne. Bei Zotti hatten wir ja die letzten Tries über eine ganz andere Motivation, weil das innerhalb einer Woche zweimal gedroppt ist, das Mount, ne. Das ist ja ein völlig anderes Feeling, so. Aber Jaina, naja. Naja, Jaina bleibt Jaina, wa. So ein Ding nämlich. Er wird es einfach nicht merken und es erst sehen, wenn er sein Inventar aussortiert. Das könnte auch sein, ne, dass das irgendwo schon von irgendeinem Bankma... Bankma? Von irgendeinem Addon auf die Bank sortiert wurde, ja. Würde mich auch nicht mehr schockieren, ey. Damn. Wie war die Anzeige im Addon unglücklich? Ich glaube, ja, ne. Das Schlimmste, was du haben kannst bei Rarity ist unglücklich. Und das hast du verhältnismäßig betrachtet natürlich auch recht schnell, je nachdem, was du farmst, ja. Weil du ja auch immer Leute hast, die das einfach beim ersten Versuch ziehen. Aber ich glaube, drunter ist nichts. Oder gibt es bei 1000 Tries nochmal über unglücklich. Oder Optimus Prime unglücklich als Steigerung. Habe ich bisher auf jeden Fall noch nicht gehört, ne. Aber ich fürchte, wir finden es raus, ob es so ist. Wenn es so weitergeht, dann werden wir es merken. Ja. Gut. Jaina, dann mach dich jetzt angreifbar, du olle Zibbel. Wir wollen nämlich noch einen Ali-Run schaffen. Ja, ja, die blauen Freunde, die stehen nämlich auch noch bereit. Die wollen auch gern nochmal gucken, ob sie der Frau Eishexe ja eine links und eine rechts mitgeben können. Und die Chance wollen wir denen natürlich nicht verwehren. Ich hatte ja gestern auch so ein bisschen Herzschmerz, weil... Ich dachte, scheiße, scheiße, eigentlich kann ich jetzt gar nicht mal einen Draktür leveln. Sondern ich muss ja mal einen Menschen leveln, wegen der Tradirüstung. Aber die Tradirüstungs-Quest, die geht ja schon ab Level 50. Und deswegen musste ich mir da zum Glück dann doch keine großen Sorgen machen. Toll, oder? Wahnsinnsgeschichte wird bestimmt bald verfilmen. Kein Mount. Wow, wer hätte damit denn gerechnet? Dankeschön. Danke für den wunderbaren Run. Ich gehe rüber auf meinen lieben Panda-DK. Und dann machen wir denselben Spaß nochmal mit unseren Allianzlern. Jawohl. Und wir wollten kurz die Anzeige noch checken. Warte, warte, bevor ich das vergesse. Bevor wir es völlig aus den Augen verlieren. Ja, selbst das Nachtfestungs-Mount ist schon bei unglücklich. Da bin ich erst bei 372. Und Jaina ist jetzt bei 627, ist auch unglücklich, ja. Puh, Junge. Un-un-un-unglücklich. Vielleicht kommt mit jedem 100er-Try irgendwie noch ein Un dazu. Bis du dann so eine lange Un-Reihe hast, dass sie aus dem Bildschirm rausragt und du sie gar nicht mehr sehen kannst. Ich würde dann in so einem Lachflash ausbrechen. Craft räumt Taschen auf und auf einmal steht auf Twitter, schaut mal, was ich bei TwinkXY auf der Bank gefunden habe. Lag da seit BFA. Imagine. Imagine. XXL unglücklich. Ja. Die mit dem roten Stuhl. Oder so. Don, Hallöchen, Don. Du hast einen fabelhaften Ulduar-Run verpasst. Schön die Zeitwanderung durchgeschallert. Das war beautiful, wie der Deutsche sagen würde. Beautiful. Ein Traum. Ja, wirklich alle IDs noch frei hier. Na denn. Einmal rüber into Boralus rein. Da muss ich auch immer aufpassen, dass ich nicht sage, nach der Saalor. Oh, wer ist hier? Ein Blinktron. Uh, fancy. Einmal umgezogen. Und dann geht's Grüppchen auf, ne? Organisiert, benutzerdefiniert. Gruppe LOL. L-O-H-L. Und Attacke. Geil. Ja, ich weiß. Reib's mir noch mehr unter die Nase. Ja, ich bin da rigoros, weißt du. Ich bin da eiskalt. Gestern Dunas, glaube ich, gewesen, ne? Kam auch rein. Hat gefragt, ob ich das und das schon gehört habe. Aber er hat ja auch gesagt, Bruder, hast du etwa nicht jedes Mal das 700 Videos geschaut? Hast du noch nicht jedes News-Video gesehen, Bruder? Was ist da denn los? Ach, Mensch, ja. Es wäre so einfach, wenn es nicht so schwierig wäre, hat mein Opa immer gesagt. Aber hin und wieder ist man da einfach ein bisschen unlucky, ne? So, wir laden ein, wir laden ein. Unlucky deswegen, weil es bei den meisten ja dann so doofe Sachen sind wie Arbeit oder sowas, was dazwischenkommt, ne? Da würde man dann wirklich lieber das 700. Video schauen, glaube ich. Hm, 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 das passt auch. Na, gucke, Gruppe ist volli voll. Dann können wir auch hier schön porten. Und dann der finale Jaina-Try, ne? Lieber Allianz, der finale Try zum Wochenende. Aber wir müssen einmal porten, sonst warten wir hier vermutlich, bis wir grün anlaufen. Und das ist schön, wenn man ein Ork ist, dann wartet man nämlich nicht allzu lange. Aber wir hier jetzt bei der Allianz, hm, weiß ich nicht. Da bräuchten wir ein neues Verbündetes Vollgoblins oder so. Und dann müssen wir die erstmal rüberschiffen aus dem Brachland und so weiter. Das wird auch teuer. Aus Adjara müssen wir die umziehen lassen, ja. ganzen Verträge, dass sie aus der Horde raus sind. Ne, 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 da porten wir lieber. Das geht dann ein bisschen schneller. Wo Schion gerade erwähnt hat, die ersten Spoiler zu 1078 sind raus. Ja, geil. Da wird auf jeden Fall auch gleich mal noch reingelunzt. Aber vorher muss geportet werden. Porten, größer Spoiler lesen. Danke für die Info. War da gerade wer Level 37? Hier in der Alli-Gruppe? Tatsächlich, ja. Ne, 57. Ah, guck mal. 57. Ja gut, mit dem neuen Scaling und so. Ich hätte jetzt gesagt, kann da gar nicht rein. Aber anscheinend doch, ne. Seit diesem ganzen Level-Squish-Gedönse, also da blicke ich ja auch nicht mehr richtig durch. Dann heute Zeitwanderung, ne, wurde ja auch gefragt. Kann auch sein, dass da manch einer nicht mal Maximalstufe war. Aber durch diese ganzen neuen Systeme ist das ja häufig sogar brauchbar zu verdauen, ne. Kommt natürlich drauf an, was du für ein Content machst. Also bei Natria zum Beispiel, ne, wenn wir Shadowlands-Rades machen, da muss ich ja auch hin und wieder sagen, Leute, ich weiß, gestern ging das noch, aber hier tun wir uns keinen Gefallen mehr, ne. Jaina allerdings gibt's ja auch Gruppen, die machen die mittlerweile zu dritt oder so. Da können wir dann zum Glück eher ein Auge zu drücken, ne. Iso, iso. Ich habe gestern übrigens angefangen, meinen Traktür zu leveln über Zeitwanderung, Junge, und ich kam überhaupt nicht klar, ne. Ich musste erst mal gucken, her, wie skill ich hier und nicht. Und hab dann so ein bisschen in ein paar Guides noch gelesen, versucht auf die Fähigkeitskombination klarzukommen. Hatte dann in den ersten Dungeons auch Glück, dass ich ja ganz gutes Scaling noch dabei hatte, ne. Und war dann zum Glück auch mit Guffelgier und ohne Ahnung erster im Schaden. Da hatte ich dann keine Sorge, dass ich noch rausgeschmissen werde oder wie auch immer, ne. Da hat mich das Scaling dann gerettet. Da war ich mein eigenes leeren Tentakel vom Priester, wenn man so will. Und dann habe ich es tatsächlich verstanden. Dann bin ich ganz gut reingekommen. Dann hatte der auch einen echt schönen Flow und einen echt guten Groove. Und ich habe mich ja vor Dragonflight gewundert, warum so viele meiner Ossi-Freunde auf dem Traktür gererollt haben. Und dann habe ich gesehen, dass eine der Main-Abilities Desintegration ist. Und dann ist es mir endlich wie Schuppen von den Augen gefallen, ne. Ey, die ganze Zeit habe ich mich gewundert, wieso? Es spielt seit Jahren andere Klassen, aber ja, da waren sie machtlos, ne. Da waren sie machtlos. Manche Dinge stehen einfach über dem Gesetz. Da steckst du nicht drin. So, Pult-Timer machen wir noch nicht, weil es fehlt noch der ein oder andere. Und dann, dann, dann geht es rein into Jaina. Dran denken, Boss bitte nicht unterbrechen. Und dann sollte das passen. Unser lieber Jäger hat auch noch einen Port offen. Toll, dann hätte ich es doch stehen lassen können, Alter. Jetzt waren alle so schnell da. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Da sind wir. Und dann geht es rein. Thunder Eagle mit dem siebten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, dass mein Essen jetzt nicht genau im Jaina-Kill kommt. Ah, selbst wenn. Wie gesagt, gar nicht so schlimm, ne. Weil an sich, wenn nicht sowas passiert, ist das ja auch ein Freakill, wenn nur noch drei Leute leben. Ja, bei Jaina den Boss nie unterbrechen. Und wenn sie normal angreift, dann auch keinen Kampfrausch ziehen. Sonst kontert sie mit Eisblock und ja, nichts passiert, ne. Deswegen, bei Jaina immer aufpassen, ne. Bei Jaina immer aufpassen. Wie lief Ulduar? Sehr gut. Sehr gut. Also, sind tatsächlich durchgekommen. Das Reudigste war der Anfang. Das Fahrzeugmanöver, das ist ein bisschen ausgeartet, sag ich mal. Aber ansonsten wirklich schön sauber durchgeroffelt. Bosse auch dank dem Schattenpriester-Scaling extrem schnell weggeschmolzen, ja. Bisschen Loot kassiert hier und da noch einen Erfolg mitgenommen. Also, lief deutlich besser und dann nach dem Anfang auch geschmeidiger als erwartet, muss ich gestehen. So, Leute, dann wagen wir es mal. Aber was war der Burst gerade, nachdem sie angreifbar war? Die ist ja auf 30% schon runter, wa? Heilige Scheiße. Maybe kann man es wirklich irgendwann schaffen, sie in Phase 1, bevor dieser Port und dieser Cut mit der Sequenz kommt, schon so runter zu knallen, dass sie einfach wegportet und dann kommt Gegner besiegt. Ne, das wäre natürlich auch geil. Das ist genau das Solo-Farm-Scaling, auf das ich dann Bock habe. Aber bis wir so viel Schaden drücken, muss, glaube ich, noch ein bisschen Zeit vergehen hier. Da wird auch 10.1 vermutlich nicht weiterhelfen. Aber erst mal sind wir auf dem richtigen Weg. Ich nehme mal hier jetzt mit der Anti-Magischen noch so ein paar Bällchen weg. Ja, das war das letzte, okay. Da habe ich wieder zu viel gewollt, ne. Das war zu viel. Das war zu viel. Du hast ja das neue Video gemacht, wo du die neue Zone gezeigt hast. Wie war das mit dem Drachenfliegen? Ist die Höhlendecke schnell erreicht? Wenn du alles gibst, um da ranzukommen, ja. Ja, ansonsten hatte ich jetzt während der ganzen Zeit beim Erkunden nie das Problem, da irgendwie ranzustoßen. Also, wenn du es nicht gezielt versuchst, dann wirst du das, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. Es sei denn, du fliegst eben in Passagen wie hinten bei diesen Jaradinen und so, ne, wo dann mal so ein paar Stalagmiten und Stalaktiten rumhängen und wachsen. Dann gibt das je nach Zonenbereich natürlich ein paar höhere und tiefere Extra-Bereiche, aber ansonsten habe ich da original gar keine großen Probleme mitgehabt. War zwei Legis in Pokémon Karmesin fangen, gab es ein Mount in Uldua? Nee. Geht set auf jeden Fall zu den Legis. Wir haben aber auch nicht alle Hard-Modes mitgemacht. Wir haben ein paar mitgemacht, mehr oder weniger gewollt. Und dann haben wir uns Mimiron angeguckt. Und da kam dann eine Fähigkeit, die direkt alle Meleys weggeschottet hat. Und dann wussten wir, gut, machen wir lieber doch gechillt weiter. Und dann kann das Mount, glaube ich, auch gar nicht droppen, ne, wenn man nicht alle im Hard-Mode mitnimmt oder so. Von daher, nö, kein Mount, aber das kennen wir ja von Jaina, ne. Da sind wir abgehärtet. So, endlich das erste Mal das Koch-Event mitgemacht. Was eine Rennerei, je nachdem, was es da für Aufträge gibt, ne. Ja, ja, ja. Das artet nach wie vor gerne aus, zumal, sodass wir über die letzten Patches und Hotfixes hinweg auch immer wieder mit weiteren und neuen Aufträgen versorgt haben. Und jetzt ja auch gar nicht mehr so ein Massenauflauf stattfindet wie am Anfang des Addons, ne, wo sich das mit den Aufträgen noch ein bisschen verteilt hat. Da warst du ja manchmal froh, wenn du in den 10, 20 Minuten da überhaupt 5 Aufträge für die Weekly bekommen hast. Und jetzt ist man nur am Rennen, ja. Rennerei, Rennerei. Oh, oh, oh. So, Leute, leider auch hier ohne Mount, aber auch die Allianz sehr sauber gespielt hier, ne. Ob mit Essen oder ohne, das hat fabelhaft funktioniert. Dankeschön für die nicen Skip-Runs. So mögen wir das. Gott, sieht das fürchterlich aus. Junge, ich dachte, mein Panda ist schon schlimm, aber das ist ja nochmal schlimmer hier mit dem weiblichen Dreh. Nein, oh, da starrt er in die Seele. Der mächtigste aller Allianz-Vertreter. Schön. Aber wann möchtest du eigentlich Nialothar Full-Runs komplett weglassen oder nur noch auf Zotti Skip-Runs setzen? Hast du da schon was im Auge? Demnächst auf jeden Fall, ja, so richtig offiziell. Also die letzten Tage und Wochen, um nicht zu sagen Monate, sind ja die Full-Runs sowieso schon stark zurückgegangen, ja. Und ich glaube, dadurch, dass diese Umhang-Beschränkung ja gerade auch die mitinteressantesten Teile des Raids nahe wie vor abkapselt, denke ich schon, dass wir in den nächsten Wochen auch den finalen Full-Run ansetzen, ja. Und dann nur noch ein bisschen rein skippen, um dann auf etwas längere Sicht eben Natria wirklich erfolgreich abzugrasen und dann auch langsam Richtung Sanktum schielen zu können. Also das ist, denke ich, eher eine Frage von Wochen als von Monaten oder so. Das bahnt sich ja schon fast an, ja. Antimagische und man ignoriert die Eiskugel. Deswegen ist der D-K ja auch eine Heldenklasse, Matatron. So will ich's lesen, ganz genau. Ja, da hat es einer verstanden, ne? Hervorragend. Ich schaue das Lore-Video von Geheimnisse der Insel. Zur Abscheu der humanoiden Gestalt. Ich würde das Pragmatische sehen. Manche Höhlen sind für ihre ursprüngliche Form vielleicht auch einfach zu klein. Denn, klar, ja, also natürlich, wenn man da an filigranen Experimenten arbeitet, dann kann man da auch ganz simpel und stumpf rangehen und sagen, ja, der Eingang war halt nicht groß genug, ne. Rein vom Mindset der Inkarnation hätte es aber dann eher so laufen können, dass sie eben gesagt hätten, okay, passen wir nicht rein, schicken wir Diener rein. Ja, oder ein Iridikon hätte sagen können, mit dem Mindset, das wir davor von den Primalisten kannten, reißen wir den Berg halt in zwei Teile. Dann ist die Tür groß genug, ne. Von daher, ja, haben viele auch kommentiert. Natürlich kann man auch so sehen, aber das war mir für eine Analyse ein bisschen zu flach, ne. Und da es eben mehr um dieses Mindset hinter diesen Gestalten ging, erschien mir das jetzt nicht der Volltreffer, ne, den man da hätte ins Vorderlicht, hätte ich fast gesagt, ins Rampenlicht hätte ziehen müssen. Und dennoch, ja, natürlich, natürlich wird auch das hier und da eine Rolle spielen, ja. Hoffst du, dass das Sensors-Mount auch so lange dauert wie das Jaina-Mount für Content? Auf keinen Fall, weil Zotti gerade mit dem Umhang und so, da ist ja die Chance auch immer da, dass die Gruppe gar nicht voll wird, ne. Insofern, solange dieser Umhang steht, weiß ich nicht, da kann das Mount gern morgen in meine Tasche hopsen. Ich glaube, alternativen Content haben wir genug. Das muss nicht unbedingt 600 Mal Zotti-Rennen werden. Graue Wölfin mit dem vierten Monat, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich für diesen wunderbaren Stream heute, für die nicen Talks, die herrlichen Runs und euren wunderbaren Support. Wer noch Fragen hat, generell ist alles unterm Stream verlinkt. Mein Gaming-Kanal, mein Hörbuch-Kanal, die sozialen Medien, der Stream-Plan, ganz wichtig, falls der ein oder andere noch nicht so ganz verinnerlicht hat oder generell nie einen Fick draufgegeben hat. Dann könnt ihr da super gern mal reinschauen. Den versuche ich so aktuell zu erhalten, wie es geht. Und da geht es heute Abend weiter ab 21 Uhr mit dem großen Gruse-Finale von Antildorn. Mal sehen, was uns da so noch bevorsteht oder auch nicht. Ja, in diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Hoffe, wir hören uns demnächst gesund und munter wieder. Und wenn nicht, naja, dann genieße ich den Abend auch so und habe trotzdem eine schöne neue Woche. Der geht schon rein in die fast Mitte vom März, ne? Heiliger. Die Zeit, sie ist am Rennen. Dankeschön, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschau haus.